ESP Guitars präsentiert Gear of the Dark Ich glaube, wir sind da weit, weit, weit drüber, ein Metal-Podcast zu sein. Natürlich ist Metal wichtig für uns, aber ich finde, dass wir insbesondere ein Esel-Podcast sind. Ja, Simon, da sind wir auch schon wieder. Tja, das kann man wohl sagen. Teil 2 unserer FAQ-Folge heute. Es ist mal wieder soweit, die Leute haben ja schon die letzte Folge, haben ohne Ende Fragen gestellt. Mehr denn je, würde ich behaupten, oder? Ja, ich habe mal ein bisschen rekapituliert und verglichen zu den letzten beiden FAQ-Runden. Ich glaube, wir hatten fast doppelt so viele Kommentare dieses Mal als die letzten Male. Das freut mich. Der Podcast wächst und gedeiht. Grüße gehen raus an alle, die mitgemacht haben. Und wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten, selbstverständlich. Ansonsten springen wir direkt rein. Kurzes Update. Simon und ich hätten uns fast getroffen, denn ich bin in seine Gefilden geflogen, letztes Wochenende. Ich komme gerade frisch zurück aus Seattle. Manta hat ihre erste Show in über zwei Jahren gespielt. Tatsächlich im wunderschönen Seattle. Seattle ist immer geil. Ich stehe auf Seattle. Geile Stadt. Auch immer gut für Manta, muss man sagen. Wir haben ja nur geile Konzerte gespielt, waren zum dritten oder vierten Mal da. Und auch so diesmal. Wir waren sehr nervös, weil wir haben ja mit Manta direkt auch angefangen, live zu spielen damals. Und jetzt so viele Bands können da ja so das nachvollziehen, die jetzt wegen Covid so eine Zwangspause hatten. Bei uns saß der Stachel dann doch tief. Wir waren sehr nervös. Und nervös kenne ich eigentlich gar nicht aus dem Manta-Kosmos. Ja, aber es ging alles gut. Volles Haus. Die Leute sind richtig geil abgegangen. Es gab einen starken Moshpit. Richtig geil Action. Und es ist natürlich ein bisschen absurd, nach Seattle zu fliegen, um sieben Songs 30 Minuten zu spielen. Aber gut, irgendwie muss man ja wieder ins Sattel kommen. Northwest Tower Fest, das war geil. Und Simon hat es leider nicht geschafft, von seinem Wohnort nach Seattle zu fahren, weil seine Klimaanlage im Arsch ist. Ja, die Freuden des Hauskaufens. Wir sind jetzt endlich, wie du siehst ja in meinem Hintergrund, ich sitze jetzt endlich in meinem neuen Gemach. Und ja, uns ist direkt schön am heißen Wochenende die Klimaanlage hoch, hops gegangen. Ja, ist geil. Und wir haben auch noch immer keine Lösung. Also es ist jetzt natürlich übers Fourth of July Weekend nicht gerade einfach, irgendwie solche Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen. Deswegen, ja, alles scheiße. Freitag sah es kurz so aus, als hätte, als wäre das Problem gelöst. Und nach zwei Stunden war klar, nein, dem ist nicht so. Und ja, Stress, Stress, Stress. Naja, apropos kaufen, Haus kaufen. Ich habe eine Entscheidung getroffen wegen kaufen. Ich möchte mir einen Esel kaufen. Ich träume schon ganz, ganz lange davon, einen zahmen Esel zu haben. Und ich glaube, bald ist es soweit. Jetzt bin ich bei den Nachbarn hier spazieren und die haben einen zahmen Esel. Mit dem habe ich heute Morgen ganz viel Zeit verbracht. Und ich bin ein Eseltyp. So, ich bin Esel mit die geilsten Tiere überhaupt. Die haben so eine unglaublich friedliche Art. Und wenn sie ihre riesigen Ohren so zurücklegen und mit dir kuscheln wollen. Ich bin, das war also wirklich. Leute, demnächst, alle treffen bei mir, saufen Eselstreichen. Äh, streichen. Welche Farbe auch immer. Ja, also ja, tatsächlich, ich hätte gerne Esel. Also so viel von mir heute. Nicht schlecht. Bierkasse wird demnächst die Eselkasse. Vielleicht können die Leute ihre Spenden demnächst aufstehen. Und natürlich irgendwie, äh, für die Kaltschalen natürlich wie immer raustun. Aber auch für Hannos Eselkasse. Und da kommen wir nämlich gleich zum Punkt, äh, Leute haben sich beschwert, dass wir letztes Mal keine Spender vorgelesen haben. Zu Recht, wir verstehen's. Das Highlight der jeden, jeder Folge. Äh, wir springen direkt rein diesmal, oder Simon? Äh, die erste Spende kam von, äh, René Künzel. Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, Paragraf 666, Auskunfts- und Rechenschaftspflicht. Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand des Geschäfts Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung des Auftrags Rechenschaft abzulegen. Ja, seh ich auch so. Danke, René. Ja, äh, unser, unser, unserer, äh, wie sagt man, unserem Antrag wurde recht gegeben. Und, äh, BGB, äh, Paragraf 666, ist es jetzt endlich so, äh, wie wir es immer haben wollten. Danke, dass du das jetzt bestätigst, René. Grüße gehen raus. Ja. Dann? Oh, oh. Marco Bayer-Größlein. Jesus. Sersen-Männer, was ist denn das für eine Begrüßung? Sersen. Keine Ahnung. Sehr guten Morgen, Sersen, aber gefällt mir. Ich arbeite in der Playboy-Menschen, gehe ja gut los und helfe mal mit der Büchsenquote. Ich grüße die Elefantengruppe, die Bären, die Igel, die Hasengruppe Minus1 und die drei Krippengruppen von Peter und Paul, Familienzentrum in Augsburg. Außerdem die Frau Frischmann und die 6a der, äh, Freere-Roger- oder Rogers-Schule. Hautnei-Männer. Ja, werden wir machen. Besten Dank. Aber grüßen wir natürlich auch alle. Insbesondere die Bären- und die Hasengruppe. Ja, da keine Eselgruppe dabei ist, allerdings ziemlich, äh, dürftig. Für mich fast nahezu uninteressant. Ja, wir haben fast überlegt, es nicht vorzulesen deswegen, aber gut. Spende ist Spende. Was sollen wir machen? Ähm, die nächste Spende, äh, kommt wiederholt von Werner Focke, der regelmäßiger, äh, mal einen kleinen Betrag für unser Bier darlässt. Uns, Werner. Danke, Focken-Werner. Grüße gehen raus an Mirko von Norman Gein und Stuckmann. Vielleicht auch Norman Gein and Stuckmann, keine Ahnung. Der sich immer amüsiert, wenn Focken-Werner wieder was in die Bierkasse packt. Grüße aus Sulingen, Home-of-Reload-Festival, dem Jotz. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eher Jazz ist. Jaws, vielleicht ist das genau, nee, vielleicht ist das ein Subgenre von Jazz. Ja, und das Bullenschluck. Ja, also. Oi, Jazz. Also ganz ehrlich. Eine meiner Lieblingsmusikrichtungen. Bullenschluck kann doch nur Pisse direkt in die Fresse sein, oder? Das verwechselst du mit Schwedentrunk, aber ja, könnte auch in die selbe Richtung gehen. Also, Gordon Paul, danke euch für all die geilen Stunden Ohrenporno und Grüße an den geilsten Sir Reuke, der mir diesen Qualitäts-Podcast empfohlen hat. Mit den Talern den Fährmann zur Leberzirrhose bezahlen. Kriegen wir hin. Machen wir auf jeden Fall. Danke, Gordon. Alexander Bredebusch. Melkt der Bauer seinen Stier, trankt der Trottel zu viel Bier. In diesem Sinne, alle Mann an Deck, der Kapitän zündet gleich die Hopfentorpedos. Grüße gehen raus an Sören, die alte Biernudel. Ja, Sören, beste Grüße. Also, Daniel Rostalki, Alter, was sind das denn? Rostalski. Rostalski, ja, Entschuldigung. Auf eine Runde Podcast-Bier. Freue mich schon auf einen ordentlichen Manta-Abriss in Wacken. Kriegste. Grüße an euch zwei aus Delmhorst. Delmhorst, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ihr das Delmhorst bei Bremen meint, da war da früher so eine richtig geile Proll-Disco. Das Kapitol, Kapitol. Das war immer die Radio-Werbung. Das Kapitol, ein Traum aus Marmor und Stein. Und ja, das Kapitol. Das Kapitol ist natürlich immer schwierig. Ich kam bei den Mainstream-Frauen, die ins Kapitol gegangen sind, nicht so mega gut an mit meinem Outfit. Und die hatten natürlich aber immer, das war immer das Dilemma so, ne? Man selber gehörte einer eher alternativen Jugendkultur an. Und man hat dann doch eher so auf die Mädels gegiert, die dann am Wochenende in die Polo-Discos gegangen sind. Und so war das natürlich auch bei mir. Dementsprechend Kapitol, ähm, ja. Ähm, ja, Kapitol. So, schade, dass es es nicht mehr gibt. Heute wäre ich natürlich Stammdienst. Also in erster Linie gehen Grüße zurück nach Delmhorst und auch an alle alten Kapitol-Gänger. Du bist dran, Simon. Keno Grönewild sagt Moin, ihr Lauser. Kurze Frage zur letzten Folge an Hanno. Worauf gilt es besonders, bei Japan-Fender-Strats aus den 80ern zu achten? Gucke da schon länger. Grüße gehen raus an die Jungs von Coping Mechanism und Cora Winter und natürlich an euch zwei. Man sieht sich auf dem Hellseatic in Bremen. Liebe Grüße, Fietje Lapskaus. Ja, ist natürlich tatsächlich jetzt ein ganz, ganz raffinierter Typ, ne? Schmeißt so ein bisschen was in den Klingelbeutel und kommt hier direkt mit den absolut komplexesten, Fragen zum Thema Gear an. Aber okay, ich will es kurz machen. Also, erstmal, ich bin ganz großer Fan von allen, was in den frühen bis Mitte der 80er-Jahren Fender-mäßig in Japan gebaut wurde. Und die Geschichte kann man im Internet total gut nachlesen. Aber Anfang der 80er-Jahre gab es halt einen sehr hohen Demand, also Nachfrage für Vintage, für so eine Neuauflage von Vintage-Fender-Instrumenten. So, ich glaube, 57er und 62er-Lines. Und ja, die wurden dann in Japan unter der Fender-Brand gebaut. Und als die Amerikaner die gesehen haben, haben die geweint, weil die halt einfach so derbe Schweinegut waren für den schmalen Thaler damals auch. Und weil die Nachfrage daraufhin so hoch war, kamen also die JV-Serien, die wurden erst tatsächlich auch nur unter dem Namen Fender vertrieben. Und daraufhin dann halt eben Squire auch gegründet. Und das war, glaube ich, seit 83 oder so gibt es Squire. Squire als erstes ging nach UK und dann vor allen Dingen für den europäischen Markt und dann später auch in die USA gegangen. Und dass die ersten Squire-Instrumente, wenn ich mich nicht täusche, waren die sogenannte SQ-Serie. Und das sind auch fantastische Instrumente aus Japan. Die waren dann eher für den Export. Während aber die wirklichen JV-Japan-Vintage-Instrumente von 82, 83 bis 84, glaube ich, die wirklich auch unter dem Fender-Label liefen, die waren eigentlich für den Domestic-Market in Japan gemacht. Und das ist absolut die Mona Lisa einer Gitarre, wenn du mich fragst. Oft zumindest. Also es sind sehr, sehr schöne Instrumente und ja, also kann man aber auch alles im Internet nachlesen. Es ist so ein bisschen Wormhole, verliert man sich gerne drin. Aber ich bin ja Nerd und rede da gerne mit anderen Nerds drüber, wie zum Beispiel euch. Ja, dann lese ich doch einfach gleich noch die nächste Spende vor, weil du jetzt so eine ausführliche Antwort gegeben hast. Maike Lauterbach, ihr zwei Süßen, vielen Dank für die großartige Unterhaltung. Denkt euch an dieser Stelle einfach einen cleveren Trinkspruch und gönnt euch ein Bier. Grüße, Maike. Maike, endlich. Danke, Maike. Wenn du das bist, was wir glauben, was du bist, dann bist du vielleicht eine Frau. Und das ist so ganz wunderbar. Absolut. Es geht nämlich direkt so weiter. Sarah Hanf, Servus. Damit ihr wisst, dass hier sehr wohl Girls am Start sind und ein bisschen Geld zum Rüstung zerbeulen. Danke, Sarah. Danke für den Podcast. Danke an dich, Sarah. Grüße an Tekasch Vanessa. Ich weiß, du hörst es auch. Ja, ich hoffe, dass du das hörst, Vanessa. Und danke an Sarah. Jawohl. Jörg Mayer, endlich kommt auch mal von mir Geld für Bier als Dank für die Unterhaltung. Ich hätte gern hauptsächlich erwähnt, dass ich Simon kenne, Ausrufezeichen. Wär nicht. Und sekundär, dass ihr mal euren Paypal-Link in eure Folgenbeschreibungen und oder auf die Podcast-Website packen solltet. Ich habe mir gerade den Wolf gesucht, wie ich den schnöden Mammon loswerden kann. In Kapitalismus vergebe ich euch deshalb leider eine 4-. Hätte auch noch einen echt blöden Witz auf Lage, den erzähle ich aber erst, wenn ihr den Mindestbetrag für die Wiedergabe wieder heruntersetzt. Ich fand dieses Fips Asmussen auf Kokswitzen-Niveau eigentlich geil. Ich auch. Haben wir mal einen Betrag angesetzt? Nein. Eigentlich nicht. Ich glaube, wir machen gerne Witze über 6,66 Euro, aber du... Ja, das ist natürlich scherzhaft gemeint. Also jeder, der hier unter dreistellig spendet, hat die Kontrolle über meine Freundschaft eh verloren. Also wir hatten schon Spenden as low as 1 Cent, nur um es mal gesagt zu haben. Unsere niedrigste Spende war 1 Cent. Und ey, nehmen wir auch für den 1 Cent? Ich nehme das nicht an. Nein, also für 1 Cent kommt man hier nicht mit den Saufwitzen durch. So geht das eigentlich nicht. Aber, ja, Jörg beschwert sich, dass er den Link nicht gefunden hat. Simon, dann hauen wir ihn doch nochmal raus. Paypal.me slash Gear of the Dark. Paypal. Ja, lasst euch das tätowieren. Paypal.me slash Gear of the Dark. Kapitol. Martin Moll, danke für den Podcast, in dem man sich oft wiederfindet, sozialisiert zwischen Roadrunner-Bands, Ugly Kid Joe und Schweißer. Anbei ein paar Kröten, damit ihr euch mal wieder einen unter die Mütze schieben könnt. Martin, machen wir. Besten Dank. Lukas Fischer, damit eure durchtrockneten Dreckslöcher auch mal wieder befeuchtet werden. In Liebe. Ei, 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 ei. Oh, und weiter geht's. Magdalena Fichtner. Marie und Maggie Herzdamen-Podcast. In jeder Lebenslage, von der Geburt bis zum Tod. Wir wirken gern eurem Problem mit der Frauenquote entgegen. Ja, super Magdalena, danke dafür. PS, wir wünschen uns Gear of the Dark Socken als Merch. Ja, arbeiten wir dran. Ja, da geht einem richtig das Herz auf, oder? Ja, nur Damen heute, fast, ja. Ja, fast, ja. Sascha Schlemmermeier, es wäre viel schöner, wenn er Schlemmermeier heißen würde. Moin Simon, hier mal 10 Tacken für CoolAid oder welche andere Perversion du dir da drüben bevorzugst, reintust. Hanno, der andere Zehner, wird im September in der Essigfabrik in ein alkoholisches Erfrischungsgetränk namens Kölsch umgesetzt. Cheers und danke euch beiden für den ganzen Unfug. PS, Simon, das mit dem CoolAid, nur weil du ja nicht so gerne Bier trinkst. Oder sonst verhafte dir da natürlich gerne eine für so wie ich gerade. Ne, ich trinke tatsächlich gerne Bier, aber um mich jetzt mal hier nackig zu machen, seit Jahresanfang habe ich tatsächlich kein Bier getrunken, aber auch kein CoolAid, weil ich, ja, weil ich auf ein bisschen Trim, ich trimme mich so ein bisschen für meine Bikini-Figur. Ich habe vor, wieder mehr zu trinken. Also ich finde, ich habe nicht gut abgezogen in letzter Zeit. Also ich möchte wieder größere Mengen vertilgen können auch so. Nicht immer nur regelmäßig, sondern auch noch viel mehr. Gut, so, Sören Last, oha. Also geschrieben mit A, nicht das englische Wort für Lust, das würde mir aber auch gefallen. Servus ihr zwei, danke für die astreine Unterhaltung. ACDC Forever, ja selbstverständlich. Grüße gehen raus an Anke Butzmann und ihren durstigen Hausaffen, Sören. Also Anke Butzmann und lieber Hausaffe, Grüße auch von uns. So, nächster ist Gero Christersky. Hallo Simon und Hanno. Gero, Moment mal, wie schreibt er sich denn? G-J-E-R-O, Gero. Ja, hallo Simon und Hanno. Sehr geil, dass ihr bald in DE spielt. Damit meint er wahrscheinlich Deutschland. Also ich möchte mir die ESP-LTD M1001 NTQM Charcoal Burst kaufen. Ziemlich lange Beschreibung. Könnt ihr die ohne weiteres für Studio und Bühne empfehlen? Wenn ja, ist die auch gut für Drop-A-Tuning, Ideen, Erfahrung, Alternativen, alles hermit. Mit einer Tausender-Serie von LTD kann man eigentlich nichts falsch machen. Die sind immer gut für Drop-A, wäre eine Bariton vielleicht geiler, aber muss auch nicht. Woher weißt du, dass das eine Tausender-Auflage ist, Simon? Einfach so Wallet-mäßig? Nee, eine Tausender-Serie ist es. Die steht ja da M1001. Und die Tausender sind ja diese Deluxe-LTDs und die sind qualitativ fett. Ah, ja, also ich hatte noch nie eine ESP in der Hand. Also jetzt, ich weiß so, wir arbeiten ja eng mit ESP zusammen, aber insbesondere jetzt auch nochmal zwischen LTD und ESP. Es ist eine LTD, aber ja. Also gerade die letzten Sachen, die so in den letzten Jahren gebaut werden, hauen mich immer wieder persönlich um, muss ich sagen. Quer durch die Preis-Range bin ich immer wieder. Ich hab hier neulich auch mal für die Chefin meiner Frau, der Sohn meinte, wollte angefangen, auch total pervers. Er hat vor einem Jahr eine Gitarre anzuspielen, ist kein Witz, der spielt schon dreimal so gut wie ich. So, ne? Und dem hab ich dann auch ne ESP besorgt und also auch ne LTD. Aber auch, ich war geschockt, was das für ein gutes Instrument war. Anyways. Ja, also wird schon nichts schief gehen, würde ich sagen. Ansonsten, wenn du sie doch nicht gut findest, schick sie einfach uns, Simon oder ich. Wir können sie auf jeden Fall verwenden. Patrick Mörs, das ist der letzte für heute. Eine Vollkorn-Schorle auf mich. Ja, volles Korn. Eine Vollkorn-Schorle auf mich. Freue mich schon riesig auf eure Show in Hannover. Ich bringe euch dann gerne eine Auswahl an Kaltgetränken vorbei, damit ihr unterwegs nicht verdurstet. Ja, Patrick, dann mach das mal. Ja, genau, Patrick. Klingt gut. Alter Vater, das waren wieder einige. Ja, also danke für die ganzen Spenden, liebe Freunde. Und dann hauen wir direkt die Fragen los, oder? Ja, würde ich sagen. Nahtlos geht es weiter in FEQ. Nahtloser Übergang, deswegen sind wir ja hier. Genau. Die Leute haben Fragen gestellt. Das werden wir natürlich großmütig, wie wir sind, auch ein paar davon beantworten. Ja, also los geht's. Max Kasper, Frage zur Vinyl-Limitierung. Ich glaube, es war einst beim Krachmuckert, da äußerte sich Hanno gegen eine Veröffentlichung einer Platte in vielen Farben und fand es cool, dass Nuklear Blast sich auf Schwarz und Gold bei Ode to the Flame haben runterhandeln lassen. Das neue Album kommt nun in neun verschiedenen Farben. Woher der Sinneswandel, Hanno? Also, gut, dass du fragst, lieber Max. Also, ich räume da jetzt mal mit so ein paar, wie sagt man, mit ein paar Mythen um dieses Thema und meine Person auf. Also, wir fangen erstens an. Das Thema, das Interview bei Krachmucker, das war schon innerhalb der Promo von der Modern Art of Setting a Blaze. Und die kam schon in diversen Farben über Nuklear Blast 2018 raus. Da war das gar kein Thema mehr. Grundsätzlich möchte ich aber dazu sagen, dieses, als wir 2015, 2016 nach nur einer Platte, die damals bei dem sehr kleinen Indie-Label, Vince-Label aus Finnland, SWAT Records rauskam, unser Debüt, haben wir direkt bei Nuklear Blast gesigned. Und das war eine Zeit, für uns war das Ganze, dieser ganze Metal-Kosmos und so, für uns war das alles neu. Sprich, es kamen natürlich auch viele kritische Stimmen so, oh, jetzt, Alter, guck mal, Sellout, die sign jetzt beim großen Label und dies und das. Und ich hab mir nie Gedanken über dieses ganze Farbpaletten-Game gemacht. Ich kannte mich da überhaupt nicht mit aus. Und natürlich war dann die erste Reaktion von uns damals so, ey, ey, damit die Leute nicht total kotzen, wir haben jetzt schon beim großen Label gesigned, weil du bist ja, als neue Band bist du auch irgendwie unsicher. Du weißt überhaupt nicht, wie das Game funktioniert und was so auf dich zukommt. Und das war damals auch so ein bisschen so eine reaktionäre Sache von uns, um einfach auch so ein bisschen Trueness irgendwie zu beweisen. Weil wir dachten, das wird von uns gefordert. Weil so ist das immer das Problem. Du liest natürlich immer nur die negativen Kommentare, so bei Facebook oder sonst was. Und dann zwei von tausend Leuten sagen, öh, toll, jetzt hat die Band bei Nuclear Blas gesigned, jetzt kommt diese Platte bestimmt in 400 Farben und hast du nicht gesehen. Und damals haben wir dann gesagt, ey, pass auf, um mir entgegenzuwirken, machen wir nur eine in Gold und den ganzen Rest in Schwarz. Fand ich auch bis heute cool, stehe ich zu. Das war, die Entscheidung fiel 2015 oder 2016. Nur, um dann kurze Zeit später zu lernen, dass wirklich jedes, ausnahmslos nahezu jedes kleine Label und eben nicht nur Metal Blade, Nuclear Blast und die ganzen großen Labels, jede Platte in fünf, zehn, manchmal mehr Farben raushaut. Und das haltet euch fest. Und das nicht nur von wegen, wir machen die alle zu 300er oder 500er Auflagen, sondern teilweise auch so low as 100 und so. Nur, um Kaufanreize zu schaffen. Und da habe ich festgestellt, okay, pass auf, mir wird jetzt oder uns oder anderen Bands in vergleichbaren Situationen wird so wahnsinnig einer eingeschenkt, weil die bei einem Branchenriesen oder bei einem alteingesessenen Metal Labels seien, was die Platten auf mehreren Farben rausbringt, während alle, ach so coolen, Spatenlabels genau das gleiche Spiel spielen und es da überhaupt keine kritischen Worte gibt und die Leute, die auch kaufen, wie doof. Da habe ich mir sehr schnell überlegt, dass mir das viel zu dumm ist. Weil offensichtlich besteht ja eine Nachfrage danach und wenn die Leute Bock auf verschiedene Farben haben, dann sollen sie die auch kriegen. Wer bin ich? So, weißt du, so, mir ist das ehrlich gesagt völlig Latte. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn ich sehe, dass das links und rechts von allen und ganz kleine Labels gehen ja sogar noch weiter. Ich habe mich da neulich schon mal drüber ausgelassen. Es ist totaler Standard mittlerweile, sogenannte Testpressungen zu verkaufen. Und das sind dann einfach vorgedruckte White-Label-Pressungen, die einfach in einen weißen Schuber gesteckt werden, wo halt einfach nur ein weißes Label drauf gedruckt wird. Aber das ist keine Testpressung. Eine Testpressung, Simon, du kennst dich damit aus, das ist das, was, das kriegt man vorab, um zu sehen, als Labelschaffender ist die Quali so, wie ich das haben möchte. Richtig? Ja, aber das schließt sich ja nicht aus mit dem, was du gerade sagtest. Eine White-Label-Platte in einem Pappschuber. So kommen ja die Testpressungen in der Regel. Ja, aber die kommen halt normalerweise nicht in einer Auflage von 50 Stück. Nö, nö. Also ich sag mal so... Eine Testpressung machst du, ganz kurz, eine Testmessung und so, weißt du, alles über 10 ist für mich keine Testpressung mehr. Nee, da geh ich mit. Also ich krieg normalerweise Standard 5 Testpressungen pro Pressung, die ich in Auftrag gebe. Du kannst natürlich anfragen, mehr zu kriegen. Ja, natürlich, die du dann für einen doppelten, dreifachen Preis raushaust, so. Und das ist für mich total weird. Ich verkaufe auch immer 2, 3 von den Testpressungen, die ich kriege, einfach, weil ich ja eh schon sehr kleine Auflagen presse. Das heißt, die Gewinnmarge ist eh schon so klein, dass dann 2, 3 Testpressungen verkaufen auch ein bisschen hilft, die Kosten wieder reinzuspielen. Ich habe keine 50 oder 20, ja. Ja, du hast davon auch nur 5. So, ne, und wie gesagt, also dementsprechend, ich finde dieses ganze Spiel mittlerweile auch höchstgradig lächerlich, da groß zu diskutieren, weil offensichtlich besteht die Nachfrage. So, und für mich ist es so, ey, solange die Leute, gerade jetzt zum Thema Metal Blade, ne, so, wir hatten jetzt nämlich auch einen Kommentar heute oder gestern bei Instagram, da meinte so ein Typ, so, äh, Größe gehen raus, Dimitri heißt der, glaube ich, das wäre, er gönnt uns 100% den Erfolg, aber dass die Farbe jetzt, dass die Platte in vielen verschiedenen Farben kommt, wäre ein totaler Self-Own, was immer das bedeutet, so. Äh, dass wir uns dann wohl offensichtlich selber in die Pfanne hauen mit oder so. Ja, aber das stimmt so nicht. Und er bezog sich auf ne, ne alte Folge, wo ich angeblich gegen das Farbgame so wettere. Äh, würde ich empfehlen, die alte Folge nochmal zu hören, denn das, was ich gerade über dieses Farbenspiel gesagt hab, hab ich auch vor ein paar Monaten in einer anderen, äh, Folge schon mal gesagt. Nachdem ich festgestellt hab, dass es wirklich ausnahmslos nahezu alle Labels machen, egal ob klein oder groß, alt eingesessen oder neu, find ich es völlig albern, darüber noch zu diskutieren. Und, äh, insbesondere jetzt, ne, also das hat nicht nur da was damit zu tun, dass wir bei Metal Blade jetzt sind mit der neuen Platte, aber Alter, zeigt mir mal ein Label, wo diese farbigen Platten dann auch noch um und mit 20 Euro als Gatefold verkauft werden. So, ne, das ist, äh, ich finde, ich finde das extrem cool. Und wenn die Leute Bock auf Farben haben, go for it. Also darum, das nochmal ganz klar zu machen, ähm, es gibt hier in diesem Sinne, äh, lieber Max und Dimitri, es gibt hier keinen Sinneswandel, sondern es ist halt einfach nur, also, beziehungsweise der hat schon vor langer Zeit stattgefunden, als ich gemerkt hab, dass es halt einfach absoluter Standard ist. Und es war damals, so ein bisschen ganz kurz, Simon, aus Unsicherheit, dass ich dachte, ich müsste irgendwie einen Beweis erbringen, wie true die Band ist, zu sagen so, ey, wir bringen die Platte bei Nuclear Blast nur auf schwarz raus. Ja, war sicherlich auch ein cooler Move. Äh, ja, haben, äh, aber finde ich heute unnötig. Du, selbst wenn das ein Sinneswandel von vorgestern wäre, who gives a shit, Alter? Was ist denn mit den Leuten los, dass sie sich immer so in die Hose scheißen? Also habt ihr noch nie eure Meinung geändert? Ja, habt ihr, keine Ahnung. Ich kauf mir eh keine. Das ist so für mich so, ich bin kein Plattensammler. Für mich ist das völlig ladde, so. Weißt du, was für mich interessiert ist, ab und zu mal ein Tape zu machen, so. Das ist was, was mich wirklich begeistert. Und, und, äh, dieses ganze Platten, ich nehm das so hin, äh, Leute sollen sich Platten in welcher Farbe auch immer kaufen, als CD oder sonst was, so. Ich, ich, ich konsumiere Musik so nicht, so. Und, äh, deswegen ist mir das auch völlig egal. Und, ähm, dementsprechend, ich hoffe, die Frage ist damit geklärt. Also mit allem Respekt. Und die ganz wichtigste Sache, und ich weiß, da gibt Simon mir recht, ist immer, ey, wer keinen Bock drauf hat, auf irgendein Produkt jeglicher Art, einfach nicht kaufen. Aber nehmt es doch nicht persönlich, dass es existiert. Ja, und ich glaube, so gehässige Kommentare kann man sich, wie gesagt, auch sparen. Einfach so. Ah, es war nicht gehässig, das müsste ich nochmal sagen, sondern in dem Kommentar, das war nicht gehässig oder so. Aber es war so ein bisschen, nee, wir hauen uns hier nicht selber in die Pfanne, sondern das ist, äh, also ich hoffe, ich hab so ein bisschen das erklären können. Aber gut, dass wir das direkt aus dem Weg geräumt haben. So, denn ich freu mich über jeden, der ne Manta-Platte kauft. Egal in welcher Farbe. Und, äh, die, ganz ehrlich, um das jetzt noch abzuschließen, ist vielleicht auch ein emotionales Thema, diese Platte zu machen. Die Pain is Forever and This is the End, die neue Platte. Ey, die Band wäre da fast dran draufgegangen, weil das einfach alles schieflied und so viel Stress und Hauen und Stechen war. Es ist so schön zu lesen, wie die Platte überall ankommt, und, dass die Rezis alle geil sind und, dass die Platte gekauft wird. So, ich freu mir darüber den Arsch ab. Und, ganz ehrlich, ist es mir total egal, in welcher Farbe die ihr kauft oder ob ihr die in der Farbe kauft. So, aber jeglicher Support ist geil. Und dafür dann auch danke an dieser Stelle. Ja, nächste Frage, Hanno. Ja, ich hab so viel geredet. Lies doch doch gleich über die nächste auch nochmal vor. Oh, meine Güte, ey. Moin, mich würde interessieren, was ihr von... Ah, Moment, vielleicht solltest du sagen, von wem sie ist, oder? Oh, Entschuldigung, Magnetic Audio. Moin, mich würde interessieren, was ihr von Metal am Mittwoch haltet. Dem von fest und flauschig selbsternannten einzigen Metal-Podcast in Deutschland. Aha. Ich muss gestehen, dass ich Jan und Olli ganz gern zuhöre, aber sehr kritisch mit den Metal-Beiträgen bin. Spätestens als Olli quasi der gesamten Black-Metal-Band-Szene unterstellt hat, rechts zu sein. Naja, wahrscheinlich kennt ihr das nicht mal, korrekt, aber macht auch nix. Hauptsache, Gear of the Dark geht weiter. Übrigens finde ich es immer sehr geil, wenn wirklich richtig über Gear abgenoddet wird, also gern mehr davon. Ja, den Podcast, wie gerade schon schnippisch dazwischen kommentiert, kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne weder fest und flauschig, noch kenne ich Olli und Jan. Noch? Ich glaube, ganz kurz, ich glaube, es dreht sich um Jan Böhmermann und Olli Schulz, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ein bekannter Podcast in Deutschland, fest und flauschig. hat ganz viele Fans. So viel weiß ich auch. Ich kenne mich damit aber auch nicht zu sehr aus. Aber ja. Ja, selbsternannter einziger Metal-Podcast in Deutschland. da müssen wir vielleicht mal ein paar Leute mit der Kneifzange vorbeischicken, oder? Ja, ein paar Kniescheiben im Lötkolben bearbeiten, irgendwie ein paar Beinschrauben ansetzen, ja, oder halt einfach ein bisschen Backenfutter verteilen. Das ist überhaupt kein Problem. Nö, finde ich völlig okay. Dann sagt es hier, oder steht hier noch spätestens, als Olli quasi, der gesamten Black-Metal-Band-Szene unterstellt hat, recht zu sein. Ja gut, dass es ein Problem in der Black-Metal-Szene gibt, ist ja nicht unbekannt, aber nichtsdestotrotz kann man natürlich auch nicht allen unterstellen, Teil dieses Problems zu sein. Also wenn er das wirklich behauptet hat, also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, aber wenn das wirklich jemand so behauptet, dann entlarvt das ja der eigenen Unwissenheit. So, das muss man ganz klar dazu sagen. Dann sollte man sich vielleicht nicht einen Metal-Podcast nennen, wenn man sich mit so einem explizit auch sensitiven Thema so einfach mit so einfachen Pauschalisierungen um sich schmeißt. Aber ey, ich glaube, kann mir kaum vorstellen, dass das ernst gemeint war. Also ich weiß, dass Olli Schulz sich sehr wohl mit Metal auskennt und auch eine sehr true Metal-Vergangenheit als Fan in erster Linie hat. Und das finde ich in erster Linie natürlich begrüßenswert und cool, dem an dieser Stelle Grüße gehen raus. Ja, der einzige Metal, ich weiß, Geo of the Dark Metal-Podcast, ich glaube, wir sind da weit, weit, weit drüber, ein Metal-Podcast zu sein. Natürlich ist Metal wichtig für uns, aber ich finde, dass wir insbesondere ein Esel-Podcast sind. Als Esel und wichtige Fragen für alle Lebenslagen beantworten hier. Also dementsprechend, ja, du, wir freuen uns über die Leute, die uns zuhören und vielleicht gibt es ja sogar eine Schnittmenge. So, wer weiß. Zu guter Letzt würde ich gerne noch sagen, dass wir der einzige Esel-Podcast in Deutschland sind. Das ist vielleicht tatsächlich so und da sind wir auch sehr stolz. Seit Tag 1 treiben wir die Sau durchs Dorf. Die Esel-Sau, ja. Domi P. Wo habt ihr euren Platz im Tourbus? Und ich rede nicht von den Nightlinern, sondern den Vans, die meistens im Heck eine schäbige Holzkonstruktion eingebaut haben, bei der einer unten wie ein Goblin in kompletter Finsternis liegt und Porno schaut, während der andere darüber wie auf der Hutablage liegt und bei einem Crash als erstes durch die Frontscheibe fliegt. Ja, also Domi, das klingt so, als hättest du das selber schon mal erlebt. Ja, kann ich so, kenne ich auch alles. Pornos gucken im Bandbus noch nicht erlebt, auch noch nicht gemacht, aber jeder Jack ist anders, lieber Domi. Und hast du einen besonderen Platz, Simon, wo du gerne sitzt? Ich nehme mich ja. Also, ja. Erstmal finde ich die Beschreibung von Domi klingt eher nach einem Ami-Van als einem deutschen Van. Ich sehe selten deutsche Bands in Vans rumfahren, die diese selbst gebastelten Betten hinten drin haben. Bei Ami-Bands sehe ich das auch. Doch, kenne ich schon. Okay, habe ich tatsächlich relativ selten gesehen. Mein Stammplatz im Van war früher hinter dem Fahrer in so einem Sprinter-Van habe ich meistens gesessen. Dann Mittelsitz war frei und dann rechts hinter dem Beifahrer quasi saß immer Paul. Schöne Grüße. In einem amerikanischen Van sitze ich vor allem auf dem Fahrersitz. Ich, für alle Leute, die mir mal im Van getourt sind, das sind ein paar, ich sitze immer, wenn man die Tür aufmacht, ganz hinten in der äußersten Ecke an der Scheibe. Das ist immer mein Platz. So weit weg wie möglich von allen. Denn ich rede auf Reisen, kann man sich kaum vorstellen, sehr, sehr ungern. Und ich bin da gerne für mich und schaue wahrscheinlich auch sehr grimmig rein und sehe so aus, als möchte ich nicht angesprochen werden. Das ist eine liebe Mitreisende, das ist nicht böse gemeint. Aber zwischen den Shows bin ich meistens sehr im Fokus oder erhole mich von dem, was die vorige Nacht passiert ist oder bereite mich auf das vor, was kommt. Dementsprechend, ja, ich bin immer so da, wie ich nach Möglichkeit am meisten Ruhe und Privatsphäre genießen kann. Aber das wird natürlich auf der Manta und Nightmare und Wahlburg Tour ganz anders. Da werde ich immer schön neben dir im Van sitzen und dich vollquatschen den ganzen Tag. Ja, gut, dass du noch nicht weißt, dass wir nicht zusammenreisen werden. Alles klar. Asmo, oh Alter, keine Ahnung. Woods of Grief, jemand von Asmodeos. Asmodeos, ist es ein neues Axteo oder Woods of Grief, warum genau seid ihr so überzeugt von ESP? Also mich überzeugt jede gute Gitarre und ESP bauen sehr gute Gitarren. Einfache Antwort. Ja, sehe ich ähnlich, als ich mit Manta angefangen habe, das war, da war der große Hype der Baritone Gitarren gerade vorbei. Das war so 2012, ja eher so 2013, 14, da war eine Baritone Gitarre gerade nicht total innen. Da war der erste große Hype von den ganzen Metalcore Bands, die man weiß da ein bisschen mehr glaube ich, irgendwie schon so ein bisschen vorbei. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das die einzige Firma, die die erschwingliche Baritone Gitarren in Form von LTDs noch und auch in dieser geilen Form, dieser SG-Form, der Viper eben angeboten haben. Und ich fand ESP vorher schon immer cool, weil ich die bei Max Cavalera gesehen habe. Ich fand, das war eine der ganz, ganz wenigen Gitarrenfabrikanten, die es geschafft haben, klassische Designs, modernen Touch zu geben, ohne dass das over the top peinlich oder irgendwie überkandidelt aussieht. und deswegen hatte ich das immer auf dem Schirm und als riesiger Toten Hosen Fan, also insbesondere der frühen Jahre, die hatten glaube ich in den 80ern auch, lange und frühen 90er Jahre auch mit ESP zusammengearbeitet und hatten also verrückt aussehende Signature-Gitarren, deswegen hatte ich die Firma immer auf dem Schirm. Und wie gesagt, ich habe dann auch relativ früh über Connections Gitarren gestellt bekommen und bin da irgendwie rangekommen, auch zu günstigem Geld und es hat einfach, es war ein Instrument, was mir noch nie abgeschmiert ist in irgendeiner Form, das kann ich ja, das beantwortet die Frage vielleicht. Also Bariton-Gitarren waren im Metalcore überhaupt nicht in Hanno. Okay. Wer hat die denn gespielt? Bariton-Gitarren, also ich glaube, Bariton-Gitarren waren vor allem oder gingen so in der New-Metal-Zeit dann Metal? Ja, vielleicht das. Ich schmeiße die Begrifflichkeiten hier durcheinander. Ja, auf jeden Fall. Schande auf meine Haupt. Es gab aber, trotzdem hast du auch recht, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückblicke, als ihr mit Manta angefangen habt, also Bariton-Gitarren waren lange nicht wirklich gefragt, weil dann kamen ja dann doch eher Bands, die dann angefangen haben so sieben- und achtseiter zu spielen. Jetzt gerade sind Bariton-Gitarren wieder sehr, sehr hip. Weil ich sie groß gemacht habe wieder. Wer auch sonst, ja. Richtig. Aber sonst gehe ich auch mit, dieses klassische Form, modern interpretieren. Deswegen war ja auch meine erste richtig gute Gitarre auch eine Viper, weil ich das genauso fand irgendwie. Ich wollte, ne, also einfach eine schnellere SG. So sieht die für mich aus. Satan is a Woman. Könnt ihr euch vorstellen, den Podcast auf Englisch zu machen? Nö. Nö. Warum? Nö. 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 Warum? Gibt es ja keinen Grund für. Wir haben ja, wir machen das gut so, wie wir es machen. Wir bekommen viel Lob und den Leuten gefällt es. Ich habe auch, ja, das wäre ja noch viel mehr Arbeit. Nö. Nö. Da müssen wir ja von ganz vorne anfangen. Das ist gut, wie es ist. Lieber nicht. Genau. Ich mache mal die nächste. Ja, die nächste. Simon M. Für welche Band, welchen Künstler würdet ihr mal gerne als Vorband spielen? Würdet ihr mal gerne als Vorband spielen? Ja, schwierige Frage. Ja. Ich bin ja, da muss man so ein bisschen vielleicht auch so die Romantik außen vor lassen. Egal wie Fan du von einer Band bist, wenn es eine wirklich große Band ist, dann ist Vorband spielen auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Du verlierst wahrscheinlich auf der Tour relativ viel Geld. Nicht mal, weil du dafür bezahlen musst, da zu spielen, sondern weil das teuer ist, wenn du kein Geld für den Slot bekommst und du musst dann überall hinreisen und hast den nicht gesehen und ja, keine Ahnung, dementsprechend muss man das so ein bisschen entromantisieren. Das ist nicht einfach so, dass es dann total super wird und oftmals ist es auch so, das habe ich, ich war oft als Gitertag mit Bands unterwegs, die zum Beispiel Support bei den Toten Hosen oder den Ärzten gemacht haben. Außerdem haben, umso größer der Main Act ist, umso schwieriger der Stand für die Support Band. Das kann ich aus eigener Hand erzählen und das ist nicht immer feierlich. Ich weiß darauf, ich kann darauf auch keine, also ja, ich könnte jetzt irgendwas Standardmäßiges sagen wie Gorgatz oder so, aber was ich wirklich sagen will, ist, dass mein großes erklärtes Ziel ist, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit Wahlbock mal als Vorband von Rammstein spielen. Ja, das wäre schön. Das ist meine wirkliche Antwort. Ja, man kann aber manchmal nicht alles haben, was man sich wünscht und deswegen vielleicht auch nur Wahlburg als Vorband von Manta. Auch nicht schlecht. Auch nicht so schlecht, ja. Aber ich habe da noch eine ganz kurze Geschichte, vielleicht haben wir dafür Zeit. Dieses ganze Vorband Game, das ist manchmal total dankbar und manchmal gibt es dafür 99.000 Gründe, warum einem das total erschwert wird, Support irgendwo zu machen. Am Ende 2019, kurz bevor Corona 2020 anfing, waren wir eingeladen, eine direkte Einladung von Behemoth, die Band in Chile und in Argentinien, wenn ich mich nicht täusche, oder in Brasilien. Ich weiß es nicht mehr zu unterstützen. Wir hatten schon alles gekauft, Flugtickets, wir haben sehr, sehr viel Geld ausgegeben und dann haben wir angefangen, die Präproduktion zu machen und haben dann angefangen, mit den örtlichen Veranstaltern zu kommunizieren und die waren extrem scheiße. Das war wirklich so krass. Also die haben uns wirklich in jeder E-Mail, in jedem Telefonat wissen lassen, you ain't shit. So, wie hast du, also wie, also wirklich wortwörtlich, wie erdreist ist du überhaupt, mir sechs Wochen vor der Show eine Frage zu stellen und fragen, was wir da als Backline bekommen oder so, ne? Und wie das aussieht mit Stage-Zeit und so. Und wir dachten natürlich in unseren deutschen Köpfen, dass die das total gut finden, dass wir so früh wie möglich alle Fragen abklären. und die waren aber völlig, also der Typ war, also der ist auch richtig verletzend und unter die Gürtellinie gegangen, so von wegen you ain't shit here, so von wegen so, ey, wenn ich will, dann werdet ihr hier niemals stattfinden und so. Also wirklich so, also ein totaler Drecks, Drecksarsch, so ein totaler Schwein. Und da haben wir dann und, und, und natürlich kannst du dich dann auch nicht an Behemoth wenden und sagen so, ja, guck mal, der ist, der, ne? Sondern das ist halt so, ey, entweder du kümmerst dich um deinen eigenen Scheiß oder du spielst sie einfach nicht. So ist die, ist die Sache, so. Und dann haben wir die sehr unpopuläre Entscheidung getroffen, ey, wisst ihr was? Fickt euch. Fickt euch alle ins Knie. Geht sterben. Ihr, alle, so. Irinsch und ich waren wirklich so, ey, wir haben wirklich viele, viele tausende Euros in Flüge und Equipment Rental und, und Mischer und so investiert und so, ey, wisst ihr was? Dann spielen wir halt nicht vor 15.000 Leuten als direkter Support von, von Behemoth in, in Chile und in Argentinien oder sonst was. Das war so das erste Mal, dass Irinsch und ich so sehr hingesetzt haben und uns da halt so, ey, wir müssen doch morgen auch noch in den Spiegel gucken können. So, weißt du, wir müssen uns doch nicht behandeln lassen wie Dreck. So, und dann haben wir gesagt, wisst ihr was? Fickt euch. Der peinliche Scheiß hatte noch so mit Anwalt gedroht und so. Und also, um das ganz klar zu machen, das hat überhaupt nichts mit Behemoth oder dem Booking von Behemoth oder der Plattenfirma oder der Band selber zu tun, sondern es ging nur um den örtlichen Veranstalter, der uns als Support ganz klar gemacht hat, Alter, ihr seid hier nicht willkommen. So, ne? You no name fucks. So, ein auf den. Und da habe ich halt gesagt, ey, ich bin ein erwachsener Mann. So, man sieht sich immer zweimal und ich lasse mich doch nicht verarschen. So, das ist mir nicht wert. Und dann haben wir halt einfach abgesagt. So, so ist es dann, wie wir nicht diese großen Dinger mit Behemoth in Südamerika gespielt haben. Einfach, weil kein Bock, weil wir uns, weil man sich auch echt nicht alles gefallen lassen muss. Und das kann ich nur allen Menschen raten. Also nochmal, es hatte nichts mit der Band zu tun, sondern nur mit den Locals da, mit der, mit den Veranstaltern. Grüße gehen raus. Ja, kurze Geschichte am Rande. Ja, Andi Andrew fragt, was für Musik läuft bei euch im Tourbus Schrägstrich Van? Was soll ich da? Ich bin jemand, der tatsächlich bevorzugt, lieber es lieber hat, wenn alle Leute, die im Van sitzen, Musik auf ihren Kopfhörern hören, statt ihr, statt dass man sich irgendwie darum streiten muss, was auf der Anlage im Van läuft irgendwie, weil dann jeder auch, auch andere, ein bisschen anderen Geschmack hat und, und auf anderes Zeug Bock hat im Van. Also für mich ist es, ey, lasst mich alle in Ruhe mit eurem Musikgeschmack, hört euren Scheiß auf euren Kopfhörern und ich bin happy. Ich höre als, besonders als, äh, natürlich als, als Nicht-Fahrer vor allem, äh, als Fahrer kann ich natürlich nicht auf Kopfhörern Musik hören, aber wenn ich nicht Fahrer bin, dann höre ich eigentlich die ganze Fahrt über Musik auf Kopfhörern. Also ich kann auch, wenn die Fahrt sieben Stunden lang ist, dann höre ich sechseinhalb Stunden Musik auf Kopfhörern und, ja. Ja, ich bin da genau wie Simon, also, äh, lieber nicht. Also uns, also eine Zeit lang, ganz am Anfang, weil wir noch immer alle gute Laune hatten und dachten, das Spiel hält nur kurz, haben wir sehr oft Money Mark Chorus 86 und DJ Reckless mit ihrer zauberhaften Platte Sexurlaub von 2007 gehört, äh, und, äh, unser, unser werter Fahrer und Freund und Merchandiser Koster, der hört, äh, leidenschaftlich gerne Urfaust und grölt und singt auch immer viel mit, äh, so, das ist, äh, ja, das sind die Sachen, die mir ja spontan einfallen. Nice. Dann liest doch mal die nächste Frage vor, Hanno. Ähm, ähm, oha, äh, Konig Borg, Thema Sport und extremer Metal. Würdet ihr mit euren Bands einen Song für einen Sampler eines Vereins beisteuern, zum Beispiel Hanno beim wunderbaren SV Werder, das hast du richtig erkannt, so wie es zum Beispiel Tankard mit Eintracht Frankfurt gemacht haben. Wie steht ihr zu solchen Vereinsliedern allgemein? Ja, äh, ja, ich bin sehr gespannt auf Simon, der natürlich, also ich kenne keinen, der sich weniger für Fußball interessiert als Simon. Ich habe trotzdem eine gute Antwort. Was sagst du denn dazu? Lass hören. Und zwar, äh, eigentlich nur eine Anekdote und zwar, äh, von unserem Sänger, der Kumpel, äh, John Cortino heißt er, der ist so Illustrator und Designer aus New York und der kommt so aus der Hardcore-Szene da, aber ist sehr, sehr, sehr erfolgreich geworden und macht halt so Designs für, für Sportvereine, Merchandise-Design und so, also so richtig eine Big Shit, so NBA, NFL und so weiter. Und der sollte für, äh, den Superbowl in Tampa irgendwie so eine ganze Merch-Range-Design und, ähm, dann hat er in dem Meeting, ähm, Nightmare gepitcht als Einlaufmusik, äh, für das, äh, für die Tampa Bay Buccaneers und dann saß der da halt vor, dann saß der halt da vor diesen Multimillionären und Milliardären-Investoren und hat halt Nightmare für die gespielt und meinte so, hier, wär doch geile Einlaufmusik. Ähm, hätt ich auch überhaupt kein Problem mit gehabt, hätt ich sehr, sehr, sehr amüsant gefunden. Überraschenderweise nicht, äh, gepickt worden, ne? Ja, überraschend, ich weiß gar nicht, was da los ist, die Lutschpuppen, ja. Also ich musste zu Folgendes sagen, also ich find's immer geiler, wenn, äh, wenn, 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 wenn Bands sowas aus Liebe und Überzeugung auf eigene Rechnung oder auf eigene Kappe machen. Ich finde, dass so, so vom Verein kuratierte, äh, Sampler immer irgendwie so ein sehr faden oder oft einen faden Beigeschmack haben, wenn der Fußballverein glaubt, er könne sich mit dem harten Kern der Fankurve, äh, identifizieren und so ein bisschen, ja, mit den, mit dem harten Kern kokettieren quasi so, äh, das find ich geht oft so ein bisschen schief und ich kann mich erinnern, Werder Bremen, wenn ich mich nicht täusche, hat mal so vor ein paar Jahren so ein Sampler rausgebracht und da waren Bands drauf, das fand ich einfach nur mega peinlich, wo ich aus erster Hand ganz klar weiß, dass ein großer Teil von der Leute nie ins Stadion geht und den Fußball überhaupt nichts am Hut hat oder sonst was und, äh, äh, gefällige, äh, äh, Soul-Pop-Mucke irgendwie, um irgendwie den Verein in, in einem möglichst ungefährlichen Licht dastehen zu lassen, find ich höchst gradlich langweilig und, äh, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen butthurt, geb ich zu, aber als die wahrscheinlich internationalste Band überhaupt in Bremen, die wirklich weltweit irgendwie spielt oder sonst was und vielleicht auch die eine oder andere Platte verkauft oder in dem einen oder anderen Magazin stattfindet, die eigene Werder-Patches und, und, und so rausbringt und, ähm, wir haben eine Werder-Platte, also eine Platte in, in grün-weiß Auflage, die Death by Burning mal gemacht und so, dann nicht gefragt zu werden, zeugt A von Unwissenheit und auch B von absoluter Geschmacklosigkeit, Manta nicht zu fragen. Dementsprechend, äh, ja, war, fand ich einen peinlichen Move, so ehrlich gesagt, so, sondern lieber irgendwie auf Safe spielen, das ist, und irgendwie lieber dann weiter ein schönes Familienfest mit Bratwurst und Kinderwagen und genau so klang dieser Sampler dann wahrscheinlich auch. Ja, mit Sicherheit. John von Froster fragt, habt ihr Angst davor, dass euch die musikalischen Standbeine wegbrechen und wenn, was wären Lohnarbeitsalternativen für euch? Boah, ja, ey, eine Frage, die natürlich direkt zur richtigen Zeit total in die Seite grätscht, ja, äh, ich hab da keine Angst vor, aber es ist trotzdem bitter, weil, äh, die Angst, das ist ja Realität, es ist ja keine Angst mehr, sondern es ist ja schon ein Umstand, der seit geraumer Zeit, das passiert ja wirklich, das ist ja keine Eventualität mehr, sondern ich als Berufsmusiker und viele anderen auch, ich hab seit zwei Jahren irgendwie nicht mehr wirklich Geld damit verdient und, ähm, ja, also, was soll man da sagen? Natürlich, es ist oberscheiße, so, ähm, und ich, ich, ich muss für mich beantworten, ich weiß nicht, wie das bei Simon ist, dass ich jeden Tag mehr und mehr meinen Frieden damit mache und ich hab gerade heute mit einem Freund vor zwei Stunden am Telefon darüber gesprochen, dass das vielleicht einfach vorbei ist für mich, auch davon leben zu können, ähm, und das ist auch okay, weil Dinge im Leben ändern sich und, und, und ich, ich hab keine Angst, weil, nur weil Dinge aufhören heißt nicht, dass nicht Dinge beginnen, die genauso geil sind. Das Einzige, was mich da wirklich dran wurmt und was mich traurig macht, dass das nicht so on own terms ist, dass das nicht ist, weil ich das beschließe, ich möchte jetzt was anderes machen, sondern weil die Zeit scheiße ist, weil die, 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 die Branche, der geht schlecht und dass einem das so abgenommen wird, diese Entscheidung, dass man so gezwungen dafür wird, ja, die Konjunktiv ist schlecht, du musst jetzt wo was anderes machen, das ist bitter, da bin ich ganz ehrlich, weil ich bin gerne Herr der Lage und, und sag gerne, hey, ich, ich bin völlig cool damit, nicht von Musik zu leben, aber das heißt ja nicht, dass ich weniger Musik machen werde oder würde, aber das tut natürlich weh, weil man diese Entscheidung halt nicht selber trifft und ich kann das euch sagen, liebe Freunde, so, das Live-Geschäft ist, ist, ich weiß nicht, also ne, und jetzt kommt mir nicht irgendwie, ja, aber Rock am Ring war doch auch voll und bei den Ärzten bei Rammstein, ja, das sind Veranstaltungen, wo die Leute ihre Tickets seit zweieinhalb Jahren am Kühlschrank kleben hatten, die Live-Branche ist momentan im Arsch und zwar so, dass es eine lange Zeit brauchen wird, sich davon zu erholen und das spüren wir, das sag ich ganz ehrlich, da bin ich auch transparent, es ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schwer, gerade Tickets zu verkaufen, selbst für Shows im September oder so und ich weiß, dass das nicht passiert, weil die Band weniger populär ist, sondern ich weiß, dass es passiert, weil die Leute nicht glauben, dass man sich darauf verlassen kann, was stattfindet, was nicht und damit haben sie vielleicht auch recht und dass sie keinen Bock haben, nochmal irgendwie Tickets zu verkaufen für Sachen, die dann ständig verschoben oder abgesagt werden oder weil sie auch einfach schon eine Schublade mit 86 Tickets rumliegen haben, aber für uns trifft das direkt und ja, unmittelbar und das ist auf jeden Fall richtig scheiße und das nervt und es fordert einen zum Umdenken, hundertprozentig und ja, es ist bitter, ja, kann man echt nicht anders sagen, es funktioniert nicht. Ja, was soll ich dazu sagen, ich habe ja vom Musikmachen alleine eh nie wirklich gelebt, sondern immer viel Zeug versucht auch drum rum zu machen, was irgendwie in der Peripherie von Musik stattgefunden hat und ich sage mal so, ich glaube, das sichert so ein bisschen ab, wenn man jetzt nicht in Anführungszeichen nicht nur Musiker ist irgendwie, aber ja, ich kann da Hanno auch nur recht geben, es ist natürlich nicht einfacher geworden und dieser Ernstfall ist längst eingetreten, also mindestens natürlich seit 2020 und jetzt kommt erschwerend natürlich noch hinzu, dass überall die Preise hochgehen, Krieg hier, Autokratie Inflation da, Autokratie im Anflug in der USA, die Leute wissen nicht so genau, wie es weitergeht und halten ihr Geld vielleicht auch ein bisschen mehr zusammen und ich kann es zum Beispiel auch aus der Labelperspektive sagen, dass ich durchaus merke, dass das Kaufverhalten zaghafter ist als zum Beispiel 2021 so, also ich merke, also selbst jetzt auf dem Nicht-Live-Sektor, aber auf dem einfach Platten rausbringen und verkaufen, ist auf jeden Fall auch, sind die Leute auch ein bisschen zaghafter geworden, aber auch kein Wunder, wenn die natürlich auf einmal doppelt so viel Kohle für den Sprit bezahlen müssen, zum Beispiel hier in den USA, dann wird das natürlich auch ein fester Bestandteil, ein festerer Bestandteil noch der Rechnung, die die Leute monatlich haben und dementsprechend ist weniger Geld für Vergnügen am Start so und ja, man merkt es an jeder Ecke, an jedem Ende und ja. Grundsätzlich ist es in den USA aber schon anders, habe ich jetzt auch gerade wieder in Seattle gemerkt, hier sind die Shows oft voll, also die Leute haben halt einfach, aber hier schon seit einem Jahr, also wenn wir zumindest nur über das Thema Covid sprechen, seit einem Jahr gibt hier keiner mehr einen Scheiß auf das ganze Thema und die Leute machen, was sie wollen und kommen damit auch durch, die Shows sind gut besucht und es geht ab und in Deutschland herrscht halt einfach ein echt extrem anderes Klima, die Leute werden jetzt schon darauf vorbereitet, dass im Herbst auf jeden Fall alles wieder mega scheiße wird, ich kann das ja auch sagen, wir haben Shows geplant, auch für später im Jahr, die werden nicht stattfinden, einfach weil es jetzt schon so schwierig ist, Tickets zu verkaufen, die irgendwie im späten Sommer oder im September stattfinden sollen, so und es macht einfach nichts, es macht keinen Sinn, weil es geht ja nun nicht darum, dann, hey, da kommen dann weniger Leute, nee, die Leute müssen auch verstehen, man verliert ja auch sehr, sehr viel Geld, diese Konzerte vorzubereiten und die sind dann schlecht besucht, also weil da fließt ja sehr viel Geld auch in die Vorbereitung rein, so und grundsätzlich, es liegt letztendlich an den Fans, an den Leuten selber, also wenn das geändert wird, die Leute müssen einfach wieder Tickets kaufen, damit die Konzerte stattfinden, aber wenn das so zaghaft läuft und ich verteufle da überhaupt keinen für, ich kann es ja auch bis zu einem gewissen Grad verstehen, aber das kann man, das Problem, das können die Leute nur selber lösen, indem sie einfach für sich irgendwann wieder entscheiden, hey, ich will mein Leben zurück. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt, oder? Ist es, ähm, so, wo sind wir denn? Achso, nee, was wären Lohnarbeit-Alternativen für euch? Ja, keine Ahnung, Lohnarbeit, ganz ehrlich, kann ich mir gerade schwer vorstellen, habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, für jemanden anderen zu arbeiten, aber ey, wenn die Kohle stimmt und der Job ist cool, mache ich natürlich, also Jobangebote bitte an gearofthedark at gmail.com Ja, Lohnarbeit, ich war noch nie gut in der Lohnarbeit, ich war noch nie gut in der Hierarchie irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwo unten der Fußabtreter zu sein, so von daher, ich werde, für mich ist es immer so, ich werde immer versuchen, irgendwas eigenes auf die Beine zu stellen, so bin ich bisher mit Ach und Krach über die Runden gekommen und das wird auch weiter irgendwie funktionieren, aber ich kann einfach nicht, ich muss für mich selbst arbeiten, anders kriege ich das nicht gebacken. Also bei mir kommt das so, ich muss das ein bisschen relativieren, also nochmal, wenn der Job geil ist und vernünftig entlohnt wird, so dann kann ich mir auch vorstellen, für andere Leute zu arbeiten, selbstverständlich. Ja, muss man erst mal finden. Aber bisher hatte ich das Glück noch, ja genau, eben bisher hatte ich das Glück noch nicht und ich bin, ich struggle auch genau wie Simon lieber alleine und denke mir irgendwie was aus, anstatt mich irgendwo auch so, keine Ahnung, also ich bin auch lieber arm, sage ich ganz ehrlich, als jeden Tag zur Arbeit zu gehen und das zu hassen, was ich mache. Dafür ist das Leben auch viel zu schön und viel zu wertvoll. Dementsprechend ja, keine Ahnung und es bleibt ja auch immer noch Kriminalität, das darf man auch nicht vergessen. Richtig, Kriminalität, wichtig, richtig. Also, Max Mikkelsen, welche Gitarre fandst du richtig stark, aber hatte unnötigerweise einen Floyd Rose verbaut? Sehr richtige und gute Frage. Simon, hau doch mal raus. Ich war ja ein paar Jahre lang Ibanez Endorser und Ibanez Gitarren hatten eigentlich so gut wie alle das Problem, dass die meisten Modelle, die irgendwie cool waren optisch oder andere Sachen erfüllt haben, die mir wichtig waren, fast alle Tremolos verbaut hatten und das hat mich immer ziemlich genervt. Ich erinnere mich noch einmal, bin ich auf Tour gegangen mit einer Ibanez, die ich gerade ganz neu geschossen hatte und die hatte auch ein Tremolo verbaut wie alle anderen eigentlich und normal habe ich die immer geblockt, aber ich hatte einfach keine Zeit mehr, dieses Tremolo zu blocken und dann habe ich irgendwann nach zwei Wochen Tour oder so, habe ich dann auch mal die Seiten gewechselt und das Tremolo war nicht geblockt und ich glaube, ich habe drei Stunden damit verbracht, die Scheiße wieder in Tune zu kriegen irgendwie, also Floyd Rose kann sich ins Knie ficken, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ne, ich auch überhaupt nicht, ich kann mich erinnern, mein Freund Bazzi, ich habe ihn hier oder da mal erwähnt, glaube ich, so seine erste Gitarre war eine schwarze Squire und dann hat er relativ schön, wir haben beide damals, aber insbesondere oft, wenn wir Geld brauchten, haben wir immer bei seinem Onkel gearbeitet, Grüße gehen raus, der in Bremen einen sehr, sehr großen Scherzartikel und Luftballonlager betreibt, das ist kein Witz und da haben wir immer sommerlang und wochenendlang in diesem Scherzartikellager gesessen mit riesigen Witzsombreros auf und so und haben Luftballons aufgeblasen und so, ist kein Scherz, ja, das war wirklich, es beschreibt unser Leben auch perfekt und Bazzi hat natürlich auch immer die geilsten Sachen mitgebracht, muss man sagen, weil halt ein wandelndes Scherzartikellager war und da hat Bazzi dann mal auch monatelang, jahrelang wahrscheinlich durchgekloppt und hatte dann genug Geld, um sich bei, bei dem furchterlichen Laden Heunz Intermusik in Bremen, äh, seine erste richtige Gitarre zu kaufen und das war eine richtige Fender, eine Made in Mexiko und zwar das Richie Sambora Sick Nature Modell, so und die kam in so einem komischen Himmelblau oder so und hatte, es war eine Powerstratt, also mit Hambucker drin, kam aber auch mit Floyd Rose und wir haben das nicht kapiert, so, das war totale Scheiße und man brauchte so extra Tools, um die Seiten zu wechseln, es war fürchterlich und seitdem hasse ich auch das Floyd Rose ohne Ende, ähm, ja, also das ist meine Geschichte zum Thema Floyd Rose, also die, die Richie Sambora Sick Nature wäre natürlich der absolute Wahnsinn gewesen, ohne das Floyd Rose. Hast du noch Gitarren mit Floyd Rose? Ich hatte nie eine. Okay, krass, also ich habe noch ein paar meiner alten Ibanez-Klampfen, äh, aus Nostalgie und so weiter, ähm, und ansonsten, ich habe mir in den letzten Jahren nur eine Gitarre mit Floyd Rose gekauft, die sieht man auch gerade hier im Videoausschnitt hinter mir, nämlich diese Jackson Kelly, die hat leider ein Floyd Rose, äh, was ich noch blocken lassen muss, aber, ähm, ekelhaft, ja, aber sonst ja, mache ich das, äh, mache ich da seit Jahren auch zu rechten Bogen drum. Okay, äh, lies mal die nächste vor, Simon. Ähm, Tobias fragt, habt ihr ein Lieblingsalbum-Cover beziehungsweise was macht für euch ein gelungenes Cover-Artwork aus? Boah, ein geiles Artwork muss knallen, finde ich. Ich bin so ein, vielleicht auch so ein bisschen einfach gestrickt, so, ich, ich, große Kunst, schön und gut, aber für mich muss ein Artwork sein, eins, was ich von tausend Metern erkenne und sofort weiß, ah, das ist die Platte, so. Ähm, oder so einen ganz besonderen Stil haben, den ich eben besonders feier, das geht mir zum Beispiel bei Boatthrower-Platten, so, und die, finde ich, sehen alle wahnsinnig cool aus, ich mag diesen Stil, aber ansonsten mag ich einfach so iconic Cover-Artwork, so, das, das, äh, gucke ich mich hier gerade um, Kraftwerk hängt hier an der Wand oder so, äh, ja, ich mag so Platten, die simpel sind, das vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis von unserer ersten Platte, von der Death by Burning gewesen, so, und das, da fanden wir zum Beispiel das Artwork so geil, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen das nicht verwässern, indem wir auch überhaupt nur den Bandnamen oder den Albumtitel darauf schweißen, das, äh, das Label hat natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber wir sind auch damit durchgekommen. Ja, ich sehe das ein bisschen ähnlich, ich mag eigentlich gerne minimalistische, ähm, Album-Cover oft sehr gerne, ähm, ja, ne, ich finde zum Beispiel euer aktuelles Album-Cover ziemlich cool, weil es sehr minimalistisch ist, ähm, und ikonisch, ja, kann man ja sagen, ist es ja auch so ein bisschen, du hast, ne, du hast... Majestätisch. Ja, du hast so ein, durch Minimalismus, durch Reduktion irgendwie, äh, was besonders Aussagekräftiges oder Ausdrucksstarkes zu schaffen, finde ich, ist die große Kunst von Kunst. Uh, äh, da möchte ich gar nichts mehr zu sagen, das hat Simon zu schön gesagt, also so viel dazu. Gern geschehen. Die, die Eule 89 will wissen, welchen Bands würdet ihr mit einem halbharten ein Feature spendieren, wenn sie bei euch anfragen würden? Ähm, äh, da gibt's, es gibt so viele Bands, wo ich das machen würde, aber es muss halt immer richtigen Moment passen. Ich muss sagen, dass ich auch schon viele Feature-Anfragen abgelehnt hab, immer höflich und mit Respekt natürlich, aber wenn mich die Musik nicht beflügelt, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich die dann doof finde, aber wenn mir dazu nichts einfällt oder ich den Text nicht fühle oder so, zum Beispiel wenn's so um so Gast-Vocal-Beiträge geht, dann sage ich lieber respektvoll ab, anstatt irgendwas halbarschig zu machen. Ich hab ne witzige Anekdote dazu und zwar, äh, sind wir mal, ähm, mit War from a Heartless Mouth haben wir mal in Prag gespielt und da war irgendwie so ne lokale Band dabei und, ähm, die sind im Backstage, der Backstage war im Grunde genommen Flur im Keller, ja, und die Bar war auch, also diese Bar, in der wir da gespielt haben in Prag, war auch so ne Keller, so ein Kellergewölbe. Jedenfalls in dem Flur im Keller kam die Opener-Band an mit nem, ähm, Laptop und nem super billigen Mikro und meinten dann zu unserem Sänger, ja, ähm, kannst du nicht mal ein Feature für uns einsingen, so, ne, und, äh, und, äh, ja, der Nico, der ist dann so, der wollte höflich sein und hat sich irgendwie fast gar nicht dazu, äh, der konnte sich gar nicht richtig dazu durchringen, nein zu sagen und dann musste ich so ein bisschen den Bösen spielen und dann sagen, so, ey, passt auf, Leute, könnt ihr euch echt in die Haare schmieren, ey, weil... Wie höflich und respektvoll. Ja, ich hab das höflich und respektvoll gesagt, aber, äh, aber ja, fand ich, äh, so ein bisschen, das fand ich ein bisschen abenteuerlich, ehrlich gesagt, weil der Punkt ist so, A, wir hatten diese Band noch nie gehört, ist schon mal doof, ja, dann so den, den eigenen Stempel auf irgendwas draufzudrücken, wenn man gar nicht weiß, äh, was für ne Band ist es, wofür die, was ist, wenn das alles Nazis sind, die ganze Mucke darum geht, irgendwie, äh, ne, und zweitens ist es natürlich auch, die Aufnahmequalität wäre auch unter aller Kanone gewesen und ich, damit tut man sich ja keinen Gefallen irgendwie, ja, äh, aber, ja, komische Situation gewesen, unangenehm und dann war auch die Stimmung natürlich so ein bisschen so, ja, war so ein bisschen die Luft draus, weil wir der Band nicht den Gefallen getan haben irgendwie oder weil der Nico der Band nicht den Gefallen hat, äh, im Kellerflur, äh, das Feature einzusingen. Also grundsätzlich kann ich dazu sagen, dass es mich viel mehr interessieren würde, wahrscheinlich bei Bands, die jetzt nicht so einen Sound machen, wie ich ihn selber mache, einfach damit es auch eine Herausforderung ist oder Spaß macht, also irgendwie, äh, es soll ja auch irgendwie was Besonderes werden dann, das würde mich, glaube ich, deutlich mehr interessieren. Nun gut, ähm, dann machen wir mal weiter mit Cosmo Drone Out. Wie steht ihr zu Craft Beer? Kunst oder Schnickschnack wie Boutique-Peddles? Ähm, du, whatever, Alter. Ich meine, ich denke immer, alles kann, nix muss, ey. Wenn du Bock hast auf Craft Beer, dann trink halt Craft Beer. Mein erstes Bier zum Edge Break, habe ich letztens, glaube ich, schon erwähnt, war ein Craft Beer, hat sehr unspektakulär geschmeckt und da dachte ich so, ja, okay, whatever, aber, äh, ey, keine Ahnung, gibt sicherlich extrem gutes Craft Beer, ich hab da kein Vorurteil. Genauso, was Boutique-Pedale angeht, ey, macht doch alle, worauf ihr Bock habt. Da brauche ich doch nicht meine Meinung zu abgeben. Genau, Simon sagt, alles kann, nichts muss. Ich bin ja eher so Team, alles kann, alles muss. Dementsprechend, ich finde, alles hat seinen Platz und ich, äh, hau mir natürlich auch geil billiges Keyboard, äh, Keyboard, äh, Kiosk, äh, Bier in eine Binsen, in die Rüstung reinkloppen, wie viele achtarmig einen reinhorgeln, was wir nicht schon alles gehört haben, äh, in, in die Oberstube rein reinstellen und, äh, ich mach, aber ich trinke mittlerweile auch gerne einfach so, so, was ich an Craft Beer mag, ist, dass es so ein bisschen wie so eine bunte Bonbon-Tüte ist, dass man in den Laden geht und sagt so, ey, ich probier mal das, ich probier mal das, aber dieses ganze Bohei, was da drum gemacht wird, das ist mir so ein bisschen zu viel, äh, und langweilt mich auch, ehrlich gesagt, so, das ist, äh, finde ich ziemlich, äh, ja, da wird einem, weißt du, am Ende des Tages ist ein verdammtes Bier, Alter, lass da mal bitte keine Raketenwissenschaft draus machen und die meisten Leute, die damit rumkukettieren und angeben, sind ganz, ganz langweilige Verlierertypen. Und genau das war ja auch meine Experience. Es war am Ende ein ganz normales Bier und der Grund, warum ich's getrunken habe, der Grund, warum ich den Edgebreak gemacht habe, war, weil ich ein Craft Beer, äh, Etikett gelesen hab und das so aufregend klang alles und dann war's nicht aufregend. Und ich, also, ne, aber ich kann verstehen, jeder Jack ist anders und die Leute haben verschiedene Hobbys und, ey, ne, mir kann man ja auch, ich nerdet extrem über Equipment ab, deswegen ist es für mich auch vollkommen okay, wenn Leute über Bier abnerden, also, um das nochmal so ein bisschen zu relativieren, ihr seid natürlich keine langweiligen Verlierer, ihr seid einfach, äh, ist einfach nur nicht mein größtes Interessengebiet. Nicht mehr als wir. Genau. Und, äh, zu den Boutique-Pedalen, äh, Kunst oder Schnickschnack wie Boutique-Pedale, also, ich finde, Boutique-Pedale sind in keinster Weise Schnickschnack, sondern es gibt geile und es gibt einfach Boutique-Pedale, die absolut pisslangweilig sind und Abzieherei. So, ähm, da, ohne da jetzt Namen zu nennen, da kenne ich tausende gute wie schlechte Beispiele und ich kann sagen, ich mache Platten und spiele live mit den billigsten Boss-Pedalen oder mit selbst, äh, gebauten Tube-Screamern, die mir besonders gut gefallen, die sehr teuer sind oder so. Ähm, also, ich, ich, ich finde immer, es ist alles erlaubt, was einen geilen Sound bringt und wenn das ein Pedal ist, was 350 Euro kostet, dann ist es eben das und wenn es ein gebrauchtes Boss-Pedal für 30 Euro ist, ist es das. Ich benutze alles genau gleich viel. Okay, dann lest doch mal die nächste Frage vor, Hanno. Philipp Meike, Meike Philipp, Philipp Meike, komm nach oben, ähm, da ich mir vorstellen könnte, dass ihr unter, da ich mir Essen ist fertig. Da ich mir vorstellen könnte, dass ihr unterschiedlich reagiert, Doppelpunkt. Die Gitarre kippt um und hat jetzt eine Katsche. Eskalation oder Fatalismus? Katsche heißt wahrscheinlich Macke oder so, wa? Kratzer, Beule, Schlaz. Ist das Ostdeutsch, Simon? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja, dann sag doch mal. Simon. Was soll ich dazu sagen? Ja, nö, ist passiert. Also ich pflege meine Gitarren, aber wenn, also die meisten zumindest, aber wenn was dran ist, dann ist halt was dran. Passiert ja, wo gehobelt wird, da fein Späne. Also bei mir ist ganz einfach, wenn ich eine Gitarre mit auf die Bühne nehme, dann ist Feuer frei. Dann ist sie für den Abschuss freigegeben und dann bedeutet das für mich so, die kann, wird und soll Kratzer bekommen. Denn es ist im wahrsten Sinne für mich ein Instrument. Ich benutze es, um etwas zu erzeugen. Das ist ein Tool. Und bei meinen eigenen Gitarren, insbesondere so Vintage-Gitarren, die ich so zu Hause habe und niemals mit auf die Bühne nehmen würde, ja, das tut schon weh, wenn da irgendwie was mit passiert. Das gefällt mir nicht so gut. Das passiert immer wieder mal, lässt sich nicht ausschließen und eine Gitarre mit Kratzern ist auch überhaupt kein Problem. Im besten Fall gibt es nur mehr Charakter. Aber natürlich, es muss nicht sein, wenn man es vermeiden kann. Aber Eskalation eigentlich nicht. Tito, Patrick Kopfwerk, was haltet ihr von VIP-Tickets für Konzerte? Ist das gerechtfertigt für einen nominierten Backstage-Pass, ein Poster und ein Foto mit der Band, mehr Geld zu bezahlen? Ja, ist das gerechtfertigt? Muss doch jeder selbst wissen. Ja, also so ein paar Sachen sind schon albern. Ich glaube, gerade bei den Big Leagues, so Bon Jovi und so, da kann man sich, glaube ich, für ein paar tausend Euro kriegt man so ein Meet & Greet, was so 30 Sekunden dauert, wo dann 30 andere bei sind und man darf sich mit dem Mikrofonständer fotografieren lassen. Ich glaube, das war Aerosmith, war das, glaube ich. Der hat ja die ganzen Tücher um den Mikrofonständer. Das kostete tausende von Dollar, dass man ein Foto mit dem Mikrofonständer kriegen könnte. Wer das bezahlt, hat es verdient, wenn du mich fragst, dieses Foto. Das ist halt so, Alter, ganz ehrlich. Wenn du zu viel Kohle hast und dich für tausend Dollar mit dem Mikrofonständer ablichten lassen willst, ja, meine Güte. Ist halt ein bisschen eigenartig für den Rest von uns, aber ey, keine Ahnung, es könnte mir nichts egaler sein. Das muss jeder selbst wissen, worauf er Bock hat. Ja, 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 aber geil finden tue ich es natürlich nicht. Also ich, wie sage ich, ich endorse diese Idee nicht. Ich sag mal so, wenn ich mir, wenn ich mich selbst in die Lage versetzen müsste, wenn mir jetzt geraten werden würde von meiner Booking-Agentur oder was weiß ich, die sagen so, ey, passt auf, ihr solltet unbedingt VIP-Tickets verkaufen und Meet & Greet mit Fans machen, dann hätte ich darauf als Musiker nicht so viel Lust, ehrlich gesagt. Weil das Spielen und Touren ist anstrengend genug irgendwie und dann, es ist halt auch so, man kommt ja nicht immer mit jedem aus, selbst mit Leuten, die einen irgendwie cool finden und dann da irgendwie, ja, ich glaube, dass das alles dann schon auch sehr erzwungen ist und ich sag mal, ich hab aus der Entferne schon Meet & Greets beobachtet von Bands und ehrlich gesagt wirkt das alles immer etwas steif so, ja, und ja, keine Ahnung, nicht mein Ding. Ja, und grundsätzlich müssen die Leute ja auch verstehen, man kann sich eine wirklich prägende Erfahrung selten für Geld kaufen. Das ist ja das Ding. Wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragt, so, ey, hier, Hanno, du musst jetzt irgendwie 500 Dollar bezahlen, dann kannst du Angus Young die Hand schütteln. Würde ich den Menschen gerne mal treffen und mal sehen und anfassen? Ja, wahrscheinlich, so. Aber wenn ich weiß, ich hab dafür bezahlt, es verliert halt den Wert. Es ist dann nichts wert. Das ist ja erkauft und ich weiß, dass der Person das, also das ist ja auch das Ding, wenn du irgendwie dir so ein Meet & Greets, ich weiß ja, dass das dem Star völlig egal ist, wer dieses Geld bezahlt und dementsprechend entwertet das die Erfahrung für mich schon total. Sondern ein Treffen, das muss ja auf Augenhöhe stattfinden in irgendeiner Art und Weise, dass das irgendwie eine Emotionalität auch hinterlässt. Mir fällt dazu noch ein, wir wurden mit Warformer Harlots Mouth auf so einer, ich glaub auf der Never Say Die Tour 2010 oder so, wurden wir mal dazu, ich sag jetzt einfach mal genötigt, so ein Meet & Greet zu machen. Da sind wir auf so eine, auf so eine Dampferfahrt in Hamburg, durch den Hamburger Hafen mit so ein paar W-Farm-Fans. Und das war halt so eine total gemischte Geschichte, weil da schon Leute dabei waren, die auch so ein bisschen weird waren und so und super schüchtern und andere Leute waren dabei halt, die total locker waren und mit denen man sich dann über irgendwas Cooles, über Mucke unterhalten konnte. Aber es ist einfach, also es ist trotzdem verkrampft und erzwunken so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals, dass so ein VIP-Meeting mit einer Band auf Tour, jemals der absolut natürliche Spaß und die absolute Sause wird. Ist undenkbar für mich. Aber ey, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr ja mal kommentieren. Wir haben oft, gerade bei so großen Mainstream-Festivals, immer mal wieder so Meet & Greet im Sinne von so Autogramme geben, eine halbe Stunde. Kommt zum XY-Stand und da steht die Band nach ihrer Show und schreibt Autogramme und so. Und da bin ich immer wieder überrascht, wie viele Leute das wahrnehmen. Und da bin ich so, wenn den Leuten das was bedeutet, mache ich das gern eigentlich. Wenn die da Bock drauf haben, und dass ich denen einen Festivalbecher oder ein T-Shirt unterschreibe, dann mache ich das für einen Normalfall. Die haben da jede Menge Kohle gelassen. Die haben bei deiner Show vor der Bühne abgefeiert und unterstützen dich vielleicht mit Plattenkäufen oder so. Das finde ich okay. Wenn das aber so, wenn ich weiß, die Leute müssten dafür extra bezahlen, dann wäre das was anderes. Erstmal Butter bei der Fische. Was ist, also ich habe solche Autogramm-Sessions auch schon ein paar Mal gemacht, also mit Warfammer Harlet's Mouth. Hast du Angst davor, dass keiner kommt? Oh, das ist schon passiert. Diverse Male, Simon. Diverse Male. Ja, ja, ja. Also uns ist es, ich kann mich an einem Mal konkret erinnern, wo wir mal ein Festival gespielt haben und wo wir dazu getriezt wurden, so eine Session zu machen. Und dann kamen da halt 15 Leute. Es gab auch andere, wo halt irgendwie 100 Leute kamen. Und dann fühlt man sich natürlich irgendwie auch gut so. Aber ja, wenn du dann an so einem leeren Stand sitzt irgendwie und gute Miene zum bösen Spiel machen musst, schwierig. Das haben Irins und ich immer anders gehandelt, weil wir wussten, die Bedingung war immer, und das machen die normalerweise auch, das ist ja meistens präsentiert von einer Firma oder so oder vom Festival auch selber. Und normalerweise gibt es da Freigetränke, um die Bands bei Laune zu halten. Und für uns war immer klar, ey, wir gehen da schon allein zum Saufen hin. So, und wenn dann keiner gekommen ist, dann sind wir trotzdem die ganze Zeit geblieben und haben uns halt, ach, da haben ich einen reingeorgelt. Chapeau. Ja, ganz genau. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, das sieht natürlich bescheuert aus. Und das ist uns am Anfang oft passiert. Und wir haben das auch schon lange, lange nicht mehr gemacht. Nicht, weil wir wollten, weil wir einfach nicht in die Situation gekommen sind. Und ich bin auch nicht mega heiß drauf. Wenn ich aber das Gefühl habe, ey, das bedeutet den Leuten da was, dann machen wir das im Normalfall. Und hatten auch schon viele, viele wirklich coole Erfahrungen. Da kommen dann Leute, die zeigen, also ich finde es cool, wenn da Leute kommen, die zeigen ihre Kutte und meinen so, Alter, guck mal, den Patch habe ich mir vor sechs Jahren da und da gekauft. Schreib mal was drauf. Oder jemand zeigt mir ein neues Manta-Tattoo oder will ein Foto haben. Und so. Ich finde das auch bis zu einem gewissen Grad total, also das ist ja positives Feedback, was man da bekommt. Ja, fair enough. Nächste Frage, Hanno. Lies doch mal. Ähm, oh, Christus, Christus, Christus Pace. Wow. Christus Space? Christus Space oder Christus Parze? Christus Space. Welche Filme und welche Soundtracks packen euch? Fragezeichen. Habt ihr Favoriten unter Komponisten, Filmgenres, Regie? Fragezeichen. Ja, Simon, du bist ja eher so ein Filmtyp. Also, ähm, grundsätzlich bin ich ziemlicher, ich stehe total auf 80er und 90er Filme, was wahrscheinlich nicht die große Verwundung ist, weil ich, ja, aufgewachsen bin und meine prägenden Jahre als heranwachsender Mensch in der Zeit hatte. Aber, ähm, ich sag mal so, Soundtracks, Soundtracks, äh, kaufe ich mir manchmal so, weil ich einen Film geil finde und dann kaufe ich ihn fast mehr, weil ich den Film richtig gut finde, weil ich ein großer Fan vom Film bin, als dass ich ein großer Fan vom Soundtrack bin. Es ist dann eigentlich so, weil ich kaufe mir keine DVDs, ja, dann kaufe ich mir vielleicht den Soundtrack lieber und stelle mir den in den Schrank. Ich habe allerdings einen Film, den ich noch nie gesehen habe, ähm, da bin ich mal über den Soundtrack gestolpert, ähm, und zwar heißt der Film The Devil's Candy, und dann habe ich den Soundtrack mal irgendwann auf Spotify gehört und der hat mich total geflasht, das ist so drone-mäßig irgendwie und dann habe ich mir dann nur den Soundtrack gekauft, ohne den Film hier gesehen zu haben. Also es ist so, keine Ahnung, ich bin da so ein bisschen, ja, ich lebe da so einen Tag rein. Wow. Also, ich, äh, kenne mich damit überhaupt nicht aus und ich mag, wenn Soundtracks meistens in erster Linie, wenn das einfach nur ein Sampler ist, äh, mit verschiedenen Songs, die für den, von verschiedenen Bands, die für den, also da fallen mir jetzt zum Beispiel ein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Dazed and Confused von 1993, äh, ja, da ist halt Alice Cooper, Kiss und solche ganzen Geschichten, so, so 70er Jahre Mucke, das ist für mich so Classic Rock, das ist natürlich das Allergeilste und der Film ist die absolute Messe, so kann ich nie, Dazed and Confused kennst du sicherlich, oder? Ähm, habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, ist aber so lange her, dass ich mich an wirklich gar nichts erinnere, ich müsste, so schön muss ich weinen, ja, muss ich mal wieder, äh, muss ich mal wieder auflegen, ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme auf jeden Fall und da ist jeder Song, der vorkommt, natürlich der absolute Wahnsinn, ein anderer ist ein richtig geiler B-Movie von 94, glaube ich, ist der, äh, Brainscan heißt der, Alter, nein, sicher, Brainscan, halt dich fest, halt dich fest, Brainscan, die Intro, der Soundtrack von Brains, also die, 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 die Titelmelodie von dem Film, ja, habe ich direkt im Ohr, halt dich fest, war viele Jahre lang die Bühnen-Intromucke von Manta, für, auf den, auf den letzten Touren, ja, Brainscan, und das ist natürlich geil, weil da kam raus so, gerade so Grunge, Post-Grunge mäßig, da war so Rob Zombie bei, Ted war dabei, Primus, Primus, ich glaube, Butthole-Surfers bin ich mir nicht, aber 100%, also der absolute Wahnsinn, also wer so, so auf früh 90er, mit 90er Jahre Alternative Rock, also richtig unpeinliches Zeug steht, der Film ist auch der absolute Wahnsinn, mega, der ist einer der besten Film aller Zeiten, Brainscan, also, jetzt werdet ihr demnächst natürlich rumlaufen und allen Leuten aufs Brot schmieren, wie geil der Film Brainscan ist, erinnert euch dabei, wer hat euch draufgebracht, wie immer, Gear of the Dark, Hanno und Simon, ja, kurze Anmerkung noch, Brainscan war der erste, Soundtrack, den ich jemals, äh, in meiner Musik-Collection hatte, auf CD. There you go, ähm, und ja, ich werd den wahrscheinlich die nächsten Tage wieder gucken, weil der Film hat auch so, das, ich weiß, ich hab den das erste Mal gesehen, das war auch so ne ganz geile Zeit, wo man so Teenager war, und der kam so nachts, dann wahrscheinlich auf Kabelkanal, oder so, äh, und man saß in seinem Zimmer, war vielleicht so 15 oder so, und Cola saufen und Chips fressen und so, und miteinander, also, das gibt's ja heute gar nicht mehr, dass ein Filme überraschen, weil man nur das gucken kann, was im Fernsehen kommt, man zappt da rein, und der ist auch gerade erst losgegangen, und na, Alter, was ist denn das für ein geiler Film, und die Story ist auch Killer. Natürlich total eindimensional veraltet, auch die Special Effects, aber, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ey, Hanno, Hab ich was Gutes gesagt, ne? Ich frag mich gerade, Hanno, ob wir den, weil so wie du das beschreibst, so hab ich den Film auch entdeckt. Ich hab bei meinem Cousin gelebt, glaub ich, in der Zeit, oder ich war übers Wochenende bei meinem Cousin, und der hat schon gepennt. Das Gleiche. Ja, ist das Gleiche, ich hab bei dem auch mal gelebt für ne Weile. Ich war nachts noch wach, er hat schon gepennt, und er hatte einen Fernseher im Zimmer, und so hab ich Brainscan, Alter, 11 Uhr nachts oder so, entdeckt. Vielleicht haben wir ihn tatsächlich sogar zur selben verdammten Zeit gesehen. Das schweißt uns für immer zusammen. Ja, das war die Einlauf, das war die Einlaufmelodie von Manta auf den letzten Touren. Also tierisch spooky. Richtig geil. Fett. Fett, fett, fett. Also, oh, Alter, was ist denn hier? Lies mal, du lies mal den nächsten vor. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Kannst du das aussprechen? Ach so, was haltet ihr von der ganzen Feuilleton-Kultur? Abseits der sogenannten, in Klammern, wer ihn noch kennt, Sigi-Popkultur? Verstehe ich nicht. Also klassische Musik, Orchester, Oper und das ganze Gedöns. Oder auch Theater und Literaturszene. Draht dazu oder so gar nicht? Und falls ja, was findet ihr richtig gut? Ähm, es gibt keine gute und schlechte, also, beziehungsweise, es gibt keine guten und schlechten Genres, sondern es gibt eine gute und schlechte Mucke, so. Und ich finde, es gibt klassische Musik, die mich unfassbar bewegt und völlig umhaut. Ich kann aber überhaupt nicht behaupten, dass ich mich da auskenne. So. Aber manchmal, wenn ich, wenn ich, wenn ich so Sachen, so, so, so durch Filme oder so auf Sachen stoße, dann bin ich, bin ich schwer begeistert. Aber ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich mir das gezielt anhöre. Manchmal so im Radio, ich höre viel so NDR Kultur oder so, dann kommt so mitten in der Nacht immer so, so, so Oper oder, oder klassische Musik auf. Manchmal das finde ich dann schon sehr, sehr geil, weil das halt eine Stimmung erzeugt, die ich so von, in Anführungsstrichen, Popmusik, sei es auch extremster Metal, äh, nicht kenne. Äh, Theater kann ich gar nichts mit anfangen. Empfinde ich oft Fremdscham, weiß ich aber, dass es das auch in Gut gibt. Und Literaturszene, ja, kenne ich mich auch nicht mit aus, aber ich habe nichts gegen ein gutes Buch. Ein richtiger Bauer einfach. Das ist bei mir ähnlich, ja. Ähm, ich mag zwar gewisse klassische Musiksachen, aber ich bin auch nicht jemand, der das unbedingt sucht, so richtig. Ähm, ja, keine Ahnung, aber ja, Theater gebe ich mir nicht wirklich. Oper, Nope, Äh, Orchester, ja, nicht wirklich. Theater, Theater und Literaturszene. Ich will es mal so sagen, ich bin auf jeden Fall nicht Teil dieser Kultur. Äh, es geht mir aber so ein bisschen wie Hanno. Es gibt Momente, da stolpert man über etwas, äh, was einen dann richtig flasht, so, und dann, dann ist es auch manchmal so, hat es so diesen Rabbit Hole-Effekt, so, dass ich mich dann durchaus, dass mich das so flasht, dass ich mir dann auch super viel, äh, von den gleichen Interpreten, gleichen Komponisten reinziehe, oder aus der gleichen Ära oder irgendwas, aber es ist nicht so, dass ich es richtig aktiv sonst suche. Es muss mich immer irgendwas drauf stoßen. Ja, ich wäre auch gerne ein total interessanter Buch- und Rotweintyp, bin ich aber auch nicht geworden, sondern einfach nur Hanno. Und, äh, naja, dementsprechend vielleicht im nächsten Leben. Ja, vielleicht im nächsten Leben. Telefunken-Schaltplattenspieler will wissen, welche alltäglichen Dinge sind in den USA für Exil-Kartoffeln irgendwie skurril und oder völlig anders als in Deutschland? Haben wir schon oft drüber gesprochen. Kann ich auch alle folgen. Wir haben eine, glaube ich, mal eine Folge zum Touren oder so, die haben wir Surf in USA genannt. Und aber auch mal, glaube ich, grundsätzlich eine Folge zum Thema USA haben wir aufgenommen, aber können wir trotzdem natürlich gerne beantworten. Ähm, ja. Simon, willst du loslegen? Was fällt dir ein spontan? Was fällt mir ein spontan? Äh, was extrem nervt mich in den USA ist, äh, die, der übertriebene Patriotismus, obwohl der jetzt auch schon, habe ich das Gefühl, Kratzer bekommen hat in den letzten Jahren. Am 4. Juli, wir nehmen diese Folge. Heute ist, ich wollte, wie feierst du denn deinen 4. Juli, Simon? Äh, indem ich Scheiße aus dem Fenster schmeiße. Nee, keine Ahnung. ich bin, äh, das nervt mich einfach extrem krass. Mich nervt, äh, mich nervt diese Redneck, äh, America Number One Kultur extrem. Und davon hat man in Florida natürlich viel gesehen. Ähm, und ja, was soll ich sonst? Keine Ahnung. Also das, das, das nervt mich hier immer so ein bisschen. Ähm, und das hinterlässt ja auch Spuren. Kleine Story von meiner Frau zum Beispiel. Und ich glaube, das erklärt so ein bisschen auch teilweise die amerikanische Kultur. Äh, meine Frau hat mir erzählt, dass sie in der Oberschule jeden Morgen quasi Fahnenappell hatten. Die mussten sich mit der Hand auf der, äh, Brust ans Fenster stellen. In der Mitte, ne, ähm, in der Mitte des Schulhofs war die amerikanische Flagge. Dann mussten die jeden Morgen die Pledge of Allegiance aufsagen. Und, äh, das war Standardprogramm. Und dann zu Mittag in der Mensa gab's halt Pizza hat. So, weil die Mensa wurde von Fastfoodketten, äh, quasi, also die, da waren, haben sich Fastfoodketten, haben sich in die Schulmensa eingemietet und das Schullunch quasi, äh, gekocht, gemacht, was weiß ich, in der Mikrowelle warm gemacht. Und ich glaube, diese Kombination aus, äh, aus Indoktrination, patriotischer Indoktrination und Fastfood erklärt so einiges. Und, äh, ich werde diesen Eindruck auch leider, äh, nicht bloß langfristig mit, bei vielen Sachen, die hier so vor sich gehen. Es ist, genau, es ist ein extrem widersprüchliches Land. Durch und durch. Äh, widersprüchlich, wunderlich bis hin zu verlogen. Ähm, jeden Tag, also, ne, Jesus Christus dies, Jesus Christus das. Und dann aber, äh, Turbokapitalismus durch und durch. Und, äh, my way or the highway. Das ist Amerika in a nutshell. Und es ist sehr gefährlich. Und es gibt ganz, ganz viel, was auch einen jeden Tag macht, dass man kotzen will. Gibt es allerdings in Europa auch, ohne das relativieren zu wollen. Und, äh, deswegen sag ich lieber was Positives. Ähm, gerade hier im Süden, wo ich wohne, Southern Hospitality, it's a thing. Die Leute sind sehr, sehr freundlich, so erlebe ich das zumindest. Äh, ich das zumindest. Und, äh, das ist was, wo ich mich sehr, sehr schwer wieder von trennen könnte. Wenn man in Deutschland auf der Straße lang geht und man sagt irgendjemandem, moin, wie geht's zu jemandem, den man nicht kennt auf der Straße, geht der 100% davon aus, dass du ihn abziehen willst. Oder in der Bar setzt man sich neben jemanden, der da alleine sitzt und auf Kumpels wartet und einfach sich daneben setzt und sagt so, ey, moin, wie geht's? Kommst du öfter hierher? Denkt er, du willst ihn literally anmachen im sexuellen Sinne. Oder, äh, du bist geistesgestört. Hier ist das ganz normal. Und, äh, es kann total oft, und es passiert oft, dass dich Fremde auf der Straße, also ich, als ich hier mit Irinschlank gelaufen bin, jetzt durch, auch selbst in Seattle vor ein paar Tagen, kommt so ein Typ an, Alter, fast Irinschlank, Alter, sind das geile Tattoos, Alter, kann ich die mal sehen? So, ne? So, 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 ey, weißt du, so was passiert relativ selten in Deutschland? Oder auch so, dass dich völlig Fremde, mit denen du so gar nichts zu tun hast, so alte Leute auf irgendwas ansprechen oder so. Und ich mag diese Freundlichkeit. Und dieses, und dann sagt der Deutsche natürlich immer so, ja, das ist ja total oberflächlich. Ja, so what? Mag es sein. Trotzdem ist ein Lächeln und ein freundliches, hey, wie geht's, immer noch viel mehr wert, als gar nichts zu sagen und auf den Boden zu starren. Die Lanze kann ich auf jeden Fall für die USA auch brechen. Mir ist oberflächliche Freundlichkeit lieber als oberflächliche Scheiße drauf sein, irgendwie so. Und ich hab das auch gemerkt, tatsächlich, dass das langfristig bei mir auch dafür gesorgt hat, dass ich freundlicher zu Leuten geworden bin, weil du nicht die ganze Zeit so on defense bist, so, ne? Ja, ja. Wo ich das richtig krass, wo sich der Unterschied so richtig krass bei mir bemerkt gemacht hat, ist im Supermarkt. Ey, wenn ich in Berlin an der Kasse stand und die Leute auch nur 10 Sekunden zu lange gebraucht haben oder ineffektiv ihre Flaschen aufs Förderband gelegt haben, sodass die dann rumrollen, wenn sich das Förderband bewegt. Ja, da bin ich im Kopf tausend Tode gestorben, alles hat mir zu lange gedauert, ich hab einfach einen riesen Hals bekommen. So, dann bin ich hierher in die USA umgezogen und steh erstmal im Supermarkt 20 Minuten an der Kasse, weil alle chillen so. Ja, dann lernst du halt erstmal ein bisschen auch Geduld zu haben und einfach nicht schlechte Laune zu schieben, sondern einfach zu denken, so, ja, ist eh so, warum sollte ich jetzt 20 Minuten richtig beschissene Laune haben, dann lenke ich mich halt ab. Ja, so. Berlin, Berlin ist aber auch das weltweite Eldorado, der absolute Hotspot für Unfreundlichkeit. Wirklich Berlin, wirklich, wenn du in Berlin kein hartes, also so hab ich das erlebt, keine dicke Haut mitbringst, so, die meinen das ja natürlich nicht böse und das wird einem dann immer so als total herzliche Berliner Schnauze verkauft. Ich empfinde das oft nur als Unfreundlichkeit. Ich kann mich noch erinnern, als meine erste Freundin damals nach Berlin gezogen ist. So, da war ich 18 oder so oder 19 gerade geworden. Da bin ich dann alleine das erste Mal mit dem ICE nach Berlin gefahren, war vorher auch noch nicht in Berlin, wusste, kannte mich überhaupt nicht aus, hab dann mein letztes Geld zusammengekratzt, um einen Taxifahrer anzusprechen, damit der mich zu ihrer Wohnung fährt, weil ich das U-Bahn-System nicht kapiert habe und so und dann klopfe ich so ganz vorsichtig an die Scheibe, der Typ dreht die Scheibe runter, guckt mich an, wortlos und ich so, hallo, Entschuldigung, sind Sie noch frei? Und dann fing ich an, glaubst du, ich sitze hier in so einem Spaß rum, Alter, ey, du kommst hier an, Taxi, was denkst du denn, was ich mache? Und faltet mich völlig zusammen, ja, willkommen in Berlin und das habe ich auch seitdem nicht mehr anders erlebt und mittlerweile muss ich mir das nicht mehr geben, deswegen fuck you, lieber Taxifahrer und, ähm, ja, aber ich weiß, es gibt ja auch Super-Berliner, wie zum Beispiel Simon. Ja, Berliner haben das Klischee, vorne drum Scheiße drauf und hintenrum nett zu sein, aber, Ja, das behauptet man immer, aber ich habe auch viel von Scheiße drauf, einfach nur und, äh, ja, lass uns nicht wieder das Berlin-Thema anfangen, äh, ich, ich habe auch viel, ganz, ganz viele geile Sachen in Berlin erlebt, was ich nur sagen will, Simon hat absolut recht, die Leute sind hier erbereit und es würde zum Beispiel nie passieren, wenn du auch in Deutschland im Supermarkt, also wie, also in Deutschland musste ich neulich, als ich das letzte Mal in Deutschland war, du kennst es ja beim Supermarkt, da gibt es, da bin ich durch eine Kasse gelaufen, weil im Supermarkt einfach nicht auf war und der Eingang wäre 200 Meter weiter gewesen und dann bin ich da durchgelaufen und dann schreit mich die Alte an, so, ja, das ist hier ja wohl kein Eingang, so geht das gar nicht und ich meinte so, ja, Entschuldigung, hier ist ja nichts los, ich habe ja nicht rumgedrängelt und dann musste ich, musste ich durch dieselbe Kasse wieder zurücklaufen und 200 Meter durch den Eingang gehen und dann denke ich mir, so weißt du was, scheiß auf dich, so, weißt du, wir werden natürlich abgehauen, aber da sollte es eigentlich bei solchen Leuten direkt Indoor-Flaschenhagel geben, da habe ich überhaupt kein Verständnis für, wenn du willst was verkaufen, ja, und ich komme in deinen Laden, um dir Geld zu machen und du behandelst mich so, sowas würde es in Amerika nicht geben, also auf gar keinen Fall, so Freundlichkeit ist hier auch so gerade in Restaurants und Bars absoluter King und das finde ich super so. Gleichzeitig natürlich weiß man nie, wer einen gerade abknallen will. Ja, mich nicht so viele Leute, Simon mehr, aber das ist, da sind die Menschen auch unterschiedlich. Ja, ich ziehe die Leute, die mich abknallen wollen, an, wie, ja, die Fliegen von der Scheiße angezogen werden. So ist das nun mal. Ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich hier in den USA noch nie ernsthaft Ärger hatte, es kann aber auch daran liegen, dass ich natürlich älter und geschildter geworden bin, noch nicht mehr so viel ausgehe und mich in Bars rumtreibe, gibt es hier natürlich ganz genauso viel wie überall anders, auch auf der Welt Ärger. So, überall, wo Leute aufeinander kommen und Alkoholfließ gibt es immer und überall Ärger. Das stimmt wohl, ja. Ich habe grundsätzlich aber eigentlich keinen Ärger. Ich bin niemand, der Ärger anzieht, außer Leute, die mich erschießen wollen. Aber machen wir doch mal weiter, oder? Teufelnacht fragt, Thema Tinnitus und Gehörschutz nach jahrzehntelangen Proben und Konzertieren, was klingt in euren Ohren, wenn um euch herum Totenstille ist? Kann ich kurz beantworten, ich habe lange Zeit, hanebüchenerweise, keinen Gehörschutz beim Konzertespielen und Proben getragen. Ich würde sagen, der Effekt ist, dass ich auf einem Ohr etwas weniger laut höre als auf dem anderen, aber kein großer Unterschied. Und ansonsten habe ich einen ganz leichten Tinnitus. Ich muss mich aber tatsächlich konzentrieren, um den zu hören als andersrum. Also es ist, glücklicherweise habe ich mir nicht das Gehör zerschossen. Mittlerweile bin ich schlauer und trage Gehörschutz. Ich muss sagen, dass ich seit frühester Jugend, seitdem ich 14 bin oder so, mir diese Bauarbeiterdinger ins Ohr stopfe und das bis heute auch mache, wenn wir nicht unsere In-Ears live drin haben. Sprich, ich habe tatsächlich meine Ohren immer beschützt, gar nicht so, weil ich Angst hatte, dass ich da später irgendwie einen hohen Preis für bezahlen würde oder dass die Ohren schlechter werden, sondern ich habe das Gefühl von so klingenden Ohren nach Konzerten immer gehasst. Und irgendwann gewöhnt man sich auch an diesen Sound. Ich könnte überhaupt nicht mehr ohne diese Bauarbeiterdinger im Ohr spielen, weil ich nur an diesen Sound gewöhnt bin, dass ich nur so wummernde Bässe habe und ich kriege eigentlich nur Kickdrum und Groove mit. Aber dieses ganze Irritierende, wo man auch seine Fehler hören würde in der Stimme und im Gitarrenspiel, kriege ich überhaupt nicht mit, weil sie durch diese Dinger geblockt werden. Deswegen war auch der Umstieg auf das In-Ear erstmal ein bisschen komisch, weil man gemerkt hat, Alter, so klingig, so scheißespielig, aber mittlerweile geht das auch. Grundsätzlich ja, deswegen bin ich knock on wood mittlerweile bisher verschont geblieben von so Tinnitus-Geschichten. Das ist doch top. Hast du gut gemacht, Hanno. Ja, also, wir kommen ja jetzt auch langsam schon wieder zum Ende. Wir sind schon anderthalb Stunden wieder drin, Simon. Wir müssen, 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 es gibt noch so viele Fragen, wahrscheinlich die Anna noch ein anderes Mal klären. Ja. Ich würde, würde hier noch, also der Tobias Stolberg fragt, wie sehen eure aktuellen Paddleboards aus? Was ist drauf? Warum ist es drauf? Oder und wie ist der Signalweg durch das Board? Wenn Stereo bitte noch mal näher drauf eingehen bezüglich der Equalizer-Einstellung der Amps, das interessiert mich sehr. Ja, lieber Tobias, da machst du natürlich jetzt ein riesiges Fass auf. Ich, da in die Richtung kommen, in die kommen diverse Fragen, sind gekommen und kommen immer wieder auch über Direct Messages und so. Wir machen demnächst lieber mal über unser Live-Equipment, über unser Live-Rig vielleicht mal eine explizite Folge und da werden wir diese ganzen Fragen beantworten, würde ich sagen, Simon. Was hältst du davon? Davon halte ich sehr viel und ansonsten, ja, genau, setzen wir einfach, ja, sprich einfach. Ja gut, also ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir machen den, wir machen dann halt noch einen dritten Teil FAQ. Genau, aber bevor wir das machen, möchte ich eine Sache noch kurz, eine Frage möchte ich noch mit reinnehmen. Na gut. Das ist eine Herzensangelegenheit. Captain Gucci fragt, wann wird Hannos größte Podcast-Lüge aufgedeckt? äh, aufgedeckt. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich will meinen verdammten Fame. ähm, ja, also, äh, ich, ich, ja gut, also, da habe ich den Kollegen ausfindig gemacht, das ist ein Kumpel, ja, äh, der das geschrieben hat und ich spiele mal halt einfach vor, was er uns zu sagen hat. Ja, moin, hier ist Gero und, ähm, ja, es geht um Hannos größte Podcast-Lüge. Ja, in so einer Zeit, wo wir viel zusammen beim Fußball waren, ähm, hat, äh, Hanno irgendwann mal erzählt, dass es so mit Manta losging. Ja, wenn er dann irgendwann so Star-Allüren haben darf, dann schreibt er, auf den Rider immer drauf, er hätte doch gerne im Backstage eine frisch eingeschweißte mit Pfefferminz bin ich dein Prinz von Marius Müller in Westernhagen liegen und, ähm, so, damit er immer gleich das Gefühl hat, er hat sich direkt was gegönnt und, ähm, da wir eine Bekannte haben, die beim Deichbrand arbeitet, haben wir das dort an diesem Tag für ihn klar gemacht und, ähm, als er die bekommen hat, ähm, saß er neben dem Bassisten von Tokotronik und die haben da dann im Podcast nochmal drüber geredet und, ähm, der hat gesagt, ja, mega geil und Hanno hat dann gesagt, ja, das hab ich da so auf Spaß auf den Rider geschrieben und das ist natürlich völliger Quatsch, das waren Kuhlmann und ich und, ähm, ähm, ja, das musste mal gesagt werden. Habe ich schon aus, was ich auf Stopp gedrückt, ja, das musste mal gesagt werden, äh, ja, äh, lieber Gero, lieber Kuhlmann, hier nochmal die öffentliche Entschuldigung, äh, ich hab tatsächlich, die Sache ist folgende, ich hab das tatsächlich mal erzählt und zwar im Podcast, äh, mit Jan von Tokotronik bei Reflektor, da hab ich die Geschichte erzählt oder, oder Jan, äh, von Tokotronik hat das aufgebracht und, ähm, und tatsächlich geht diese Geschichte auf, auf meinen Plan, den ich auch wirklich geschmiedet hatte, das in Zukunft immer auf Rider zu schreiben, um sicher zu gehen, dass die Leute den Rider auch lesen. Es geht gar nicht darum, um diese CD zu bekommen, aber ich möchte eine E-Mail bekommen, wo drinsteht, hey, leider können wir diese CD nicht organisieren, dann weiß ich, sie haben das gelesen, so, ähm, und, äh, dann, dann hab ich das, glaub ich, so erzählt, wie, als hätte ich das beim Deichbranden wirklich gemacht, aber das war wohl eher im Eifer des Gefechts und die Wahrheit ist, habt ihr ja gerade gehört, äh, Kuhlmann und Gero, meine Fußballkumpels vom, äh, Heavy-Metal-Fan-Club Östliche Vorstadt, äh, dem stolzen SV Werder Bremen natürlich, äh, die haben das damals eingetütet, dass die CDs basierend auf meiner, auf meinem Plan, schräg schräg meiner Idee wirklich im Backstage lag und, äh, ich, ich danke für diese Richtigstellung, wissen alle Bescheid, ähm, ja, der wahre Grund, warum die CD dann wirklich da lag, war nicht, weil ich das mit, ähm, großkotzig mit meinem Catering oder, mit meinem Catering-Rider durchdrücken könnte, weil da, sondern weil Simon und Kuban von meinem Plan wussten und dafür gesorgt haben, dass die CD da wirklich lag. Ich hoffe, es ist eure armen Seelen, dass ihr über, über die Story jetzt seit Jahren aufregt, ja, finden endlich Ruhe und Frieden und wir können endlich wieder, äh, mit unserem Leben und unserer Freundschaft weitermachen, damit das für alle, alle mal geklärt ist jetzt. Simon, auch deine Absolution bitte. Sicher, Hanno, äh, ich bin zwar noch ein bisschen beleidigt, aber ich glaube, ich werde drüber wegkommen, langfristig, jetzt, wo du es, äh, klargestellt hast. Alles klar, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wir hören und sehen uns, äh, vor allen Dingen hören uns beim nächsten Mal. Simon, aus der Rhein, ciao. Mach's gut, Hanno, ciao. They serve one master. That is destruction. That is destruction.